Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Das Geheimnis der vier Briefe. Ein neuer Fall für Hercule Poirot. Von Sophie Henner, basierend auf den Figuren von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Gelesen von Vanya Müs. Das erste Viertel. Erstes Kapitel. Poirot wird beschuldigt. Hercule Poirot lächelte in sich hinein, als sein Chauffeur das Automobil mit erfreulicher Akkurates zum Stehen brachte. Als Liebhaber von Ordnung und Präzision wusste Poirot solch eine perfekte Ausrichtung nach der Eingangstür von Whitehaven Mansions, wo er seine Wohnung hatte, zu schätzen. Man hätte vom Mittelpunkt des Fahrzeugs zur Berührungslinie der Zweitürflügel eine Senkrechte ziehen können. Der Lunch, von dem er gerade zurückkehrte, war très bon divertissement gewesen. Vorzügliches Essen und eine ebensolche Tischgesellschaft. Poirot stieg aus, bedachte seinen Chauffeur mit einem herzlichen Dank und war eben im Begriff, das Gebäude zu betreten, als er das eigentümliche Gefühl verspürte, etwas hinter ihm, so beschrieb er sich die Empfindung selbst, bedürfe seiner Aufmerksamkeit. Als er sich umwandte, rechnete er dennoch nicht damit, etwas Ungewöhnliches wahrzunehmen. Für Februar war es zwar ein milder Tag, aber vielleicht hatte er ja eine leichte Brise die Luft um ihn in Bewegung versetzt. Bald jedoch erkannte Poirot, dass die Unruhe nicht vom Wetter verursacht worden war, wenn gleich die gut gekleidete Frau, die mit hohem Tempo herannahte, trotz ihres modischen hellblauen Mantels und Hutes in der Tat einer Naturgewalt ähnelte. Sie ist ein orkanischer Wirbelwind, murmelte Poirot bei sich. Der Hut missfiel ihm. In der Stadt hatte er Frauen schon ähnliche tragen sehen, minimalistisch, schmucklos, den Kopf wie Badekappen umschließend. Ein Hut sollte eine Krempe oder irgendeine andere Verzierung besitzen, fand Poirot. Zumindest sollte er etwas mehr leisten, als lediglich den Kopf zu bedecken. Zweifellos würde er sich an diese modernen Hüte bald gewöhnen, und kaum wäre es ihm gelungen, würde die Mode wechseln, wie sie das immer tat. Die Lippen der Blaugekleideten zuckten und schürzten sich, ohne dass etwas zu hören gewesen wäre. Es schien, als probte die Frau, was sie sagen würde, wenn sie Poirot endlich erreicht hätte. Denn, dass er ihr Ziel war, stand außer Zweifel. Sie sah fest entschlossen aus ihm, sobald als möglich etwas Unerfreuliches anzutun. Er wich einen Schritt zurück, während sie wie eine Stampede, er hätte es nicht anders bezeichnen können, auf ihn zumarschierte. Eine Stampede, die aus nichts und niemandem außer ihr selbst bestand. Sie hatte dunkelbraunes, glänzendes Haar. Als sie direkt vor ihm abrupt Halt machte, erkannte Poirot, dass sie nicht so jung war, wie sie von Weitem aus gesehen hatte. Nein, diese Frau hatte die 50 schon hinter sich. Sie mochte um die 60 sein. Eine Dame mittleren Alters, die die Kunst beherrschte, die Fältchen in ihrem Gesicht zu verbergen. Ihre Augen waren von einem erstaunlichen, weder hellen noch dunklen Blau. Sie sind Hercule Poirot, richtig? sagte sie im lautestmöglichen Flüsterton. Poirot begriff, dass sie Zorn zum Ausdruck zu bringen wünschte, ohne von Dritten gehört zu werden, obwohl niemand in der Nähe war. Ui, Madame, der bin ich. Wie können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen, mir einen solchen Brief zu schreiben? Verzeihen Sie, Madame, aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Spielen Sie mir nicht den Unschuldigen. Ich bin Sylvia Reagan, wie Sie sehr wohl wissen. Jetzt weiß ich es, weil Sie es mir gesagt haben. Noch vor einem Moment wusste ich es nicht. Sie erwähnten einen Brief. Wollen Sie mich zwingen, Ihre Verleumdungen an einem öffentlichen Ort zu wiederholen? Also schön, wie Sie wollen. Heute Morgen erhielt ich einen Brief. Einen äußerst widerwärtigen und anstößigen Brief, unterschrieben von Ihnen. Sie durchstieß die Luft mit einem Zeigefinger. Der Poirot, wäre er ihm nicht mit einem Ausfallhopser ausgewichen, mitten in die Brust getroffen hätte. No, Madame, begann er zu beteuern, doch sein Versuch zu leugnen wurde im Nu hinweggefegt. In diesem Spottbild eines Briefes beschuldigen Sie mich des Mordes, des Mordes, mich, Sylvia Reagan. Nein, Sie behaupten, meine Schuld beweisen zu können und empfehlen mir, mich sofort zur Polizei zu begeben und meine Tat zu gestehen. Wie können Sie es wagen? Sie können mir überhaupt nichts nachweisen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich unschuldig bin. Ich habe niemanden ermordet. Ich bin der am wenigsten zu Gewalt neigende Mensch, dem ich jemals begegnet bin. Und von einem Barnabas-Pandy habe ich noch nie etwas gehört. Einem Barnabas, dass Sie ausgerechnet mich beschuldigen, ist ungeheuerlich. Ich schlicht ungeheuerlich. Ich hätte gute Lust, mich damit an meinen Rechtsanwalt zu wenden. Wäre es mir nicht zuwider, dass er erfährt, wie schändlich ich verleumdet worden bin. Vielleicht sollte ich wirklich zur Polizei gehen. Die Schmach, die ich erlitten habe, die Beleidigung. Eine Frau in meiner gesellschaftlichen Stellung. Sylvia Reagan schimpfte eine Zeit lang so weiter. Ihr entrüstetes Flüstern war von vielerlei Gezisch und Gespritze durchsetzt. Sie erinnerte Poirot an die lauten, tosenden Wasserfälle, die er auf seinen Reisen gesehen hatte. Eindrucksvoll zu betrachten, aber bedrohlich, vor allem aufgrund ihrer Unerschöpflichkeit. Der Strom riss niemals ab. Sobald er sich Gehör verschaffen konnte, sagte er, »Madame, gestatten Sie mir, Ihnen zu versichern, dass ich keinen solchen Brief geschrieben habe. Falls Sie einen erhalten haben, wurde er nicht von mir gesandt. Auch ich habe von Barnabas Pondy noch nie etwas gehört. Das ist der Name des Mannes, dessen Ermordung der Verfasser des Briefes, wer auch immer er sei, Ihnen zur Last legt?« »Der Verfasser sind Sie, und erheizen Sie mich nicht noch weiter, indem Sie das bestreiten. Justus hat Sie dazu angestiftet, habe ich recht? Sie wissen beide, dass ich niemanden ermordet habe, dass ich so unbescholten bin, wie ein Mensch nur sein kann. Sie und Justus haben einen Plan ausgeheckt, um mich zum Wahnsinn zu treiben. Das wäre so typisch für ihn. Und anschließend wird er natürlich behaupten, es sei alles nur ein Scherz gewesen.« »Ich weiß von keinem. Justus? Madame.« Poirot gab sich weiterhin alle Mühe, obwohl es offensichtlich war, dass nichts, was er sagte, den geringsten Eindruck auf Sylvia Reagan machte. »Er hält sich ja für so gescheit, für den gescheitesten Mann in ganz England mit diesem widerlichen, süffisanten Grinsen, das er ständig zur Schau trägt. Wie viel hat er Ihnen gezahlt? Ich weiß, dass es seine Idee gewesen sein muss, und Sie erledigen die Schmutzarbeit für ihn. Sie, der berühmte Hercule Poirot, dem unsere zuverlässige und tüchtige Polizei so sehr vertraut. Sie sind ein Schwindler. Wie konnten Sie nur? Eine Frau meines untadligen Charakters verleumden. Justus würde alles tun, um mich zu vernichten. Alles. Was auch immer er Ihnen über mich erzählt haben mag, es ist eine Lüge.« Wenn sie die Bereitschaft gezeigt hätte, ihm zuzuhören, hätte Poirot ihr erklären können, dass er schwerlich mit einem Mann kooperieren würde, der sich für den gescheitesten Mann in ganz England hielt, solange er, Hercule Poirot, sein Domizil in London hatte. »Bitte, zeigen Sie mir den Brief, den Sie erhalten haben, Madame.« »Sie glauben doch wohl nicht etwa, ich hätte ihn behalten? Es machte mich krank, ihn auch nur in der Hand zu halten. Ich habe ihn in ein Dutzend Fetzen zerrissen und ins Feuer geworfen. Am liebsten würde ich mit Justus genauso verfahren. Ein Jammer, dass die Erleidtaten gegen das Gesetz verstoßen. Ich kann dazu nur sagen, dass derjenige, der dieses bestimmte Gesetz erlassen hat, Justus unmöglich gekannt haben kann. »Wenn Sie mich jemals wieder so verleumden, gehe ich direkt zu Scotland Yard, und zwar nicht, um irgendetwas zu gestehen, denn ich bin gänzlich unschuldig, sondern um Sie anzuzeigen, Monsieur Poirot.« Ehe Poirot eine angemessene Entgegnung formulieren konnte, hatte Sylvia Reagan kehrtgemacht und war davonmarschiert. Er rief sie nicht zurück. Er blieb noch ein paar Sekunden lang stehen und schüttelte langsam den Kopf. Während er die Stufen zum Hauseingang hinaufstieg, brummelte er in sich hinein. »Wenn Sie der am wenigsten zu Gewalt neigende Mensch ist, möchte ich dem am meisten dazu geneigten nicht begegnen.« In seiner geräumigen und gut ausgestatteten Wohnung erwartete ihn sein Kammerdiener George. Sein eher steifes Lächeln verwandelte sich, als er Poirots Mine sah, in einen Ausdruck der Betroffenheit. »Ist Ihnen nicht wohl, Sir?« »Non. Mir ist wirr, George. Sagen Sie mir, als jemand, der viel weiß über die höheren Kreise der englischen Gesellschaft. Kennen Sie eine Sylvia Reagan?« »Nur vom Hören sagen, Sir. Sie ist die Witwe des Verstorbenen, Clarence Reagan. Hervorragende Verbindungen. Meines Wissens sitzt sie im Vorstand verschiedener wohltätiger Organisationen.« »Und was ist mit Barnabas Pondy?« George schüttelte den Kopf. »Dieser Name ist mir nicht geläufig. Mein Spezialgebiet ist die Londoner Gesellschaft, Sir. Wenn Mr. Pondy andernorts lebt...« »Ich weiß nicht, wo er lebt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt lebt und nicht vielmehr ermordet worden ist. Vraiment. Ich könnte über Barnabas Pondy nicht weniger wissen, als ich derzeit weiß. Das wäre eine Sache der Unmöglichkeit. Aber versuchen Sie nicht, George, das Sylvia Reagan zu erklären, die sich nämlich in den Kopf gesetzt hat, dass ich, au contraire, alles über ihn weiß. Sie glaubt, ich habe ihr einen Brief geschrieben, indem ich sie seiner Ermordung bezüchtige. Einen Brief, den ich hiermit bestreite, geschrieben zu haben. »Ich habe den Brief nicht geschrieben. Ich habe, Mrs. Sylvia Reagan, keinerlei Mitteilung gleich welcher Art gemacht.« Poirot zog Hut und Mantel mit weniger Behutsamkeit aus als gewöhnlich und übergab beides George. »Es ist nicht angenehm, einer Sache beschuldigt zu werden, die man nicht getan hat. Man müsste imstande sein, Unwahrheiten von sich abzuschütteln, aber irgendwie klammern sie sich an das Denken und verursachen eine Art Phantomschuld, wie ein Gespenst im Kopf oder im Gewissen. »Irgendjemand ist sicher, dass man eine schreckliche Tat begangen hat, und so beginnt man, sich so zu fühlen, als wenn es wirklich so wäre, obwohl man weiß, dass dem nicht so ist. Allmählich begreife ich, George, wie Menschen sich irgendwelcher Verbrechen für schuldig bekennen können, die sie gar nicht begangen haben.« George setzte eine zweifelnde Miene auf, was er häufig tat. Die englische Diskretion, hatte Poirot oft beobachtet, nahm eine äußere Erscheinung an, die an Zweifel erinnerte. Viele der höflichsten Engländerinnen und Engländer, die er über die Jahre kennengelernt hatte, sahen so aus, als hätte man ihnen befohlen, jeder seiner Äußerungen zu misstrauen. »Darf ich Ihnen einen Drink bringen, Sir? Einen Sirup de Monde, wenn ich mir einen Vorschlag gestatten darf?« »Ui, das ist eine hervorragende Idee.« »Ich sollte außerdem erwähnen, Sir, dass ein Besucher darauf wartet, von Ihnen empfangen zu werden. Soll ich Ihren Drink sofort servieren und den Herrn bitten, sich noch ein wenig zu gedulden?« »Ein Besucher?« »Ja, Sir.« »Wie ist sein Name? Vielleicht Eustace?« »Nein, Sir. Es ist ein Mr. John McCrodden.« »Ah, das ist eine Erleichterung. Kein Eustace.« »Ich kann mich also in der Hoffnung wiegen, dass der Albtraum um Madame Regan und ihre Neustace sich verzogen hat und Hercule Poirot nicht wieder heimsuchen wird.« »Hat Monsieur McCrodden sein Anliegen genannt?« »Nein, Sir. Ich sollte Sie allerdings warnen. Er wirkte ungehalten.« Poirot ließ es zu, dass ein kleiner Seufzer seinen Lippen entwich. Nach dem Meer den befriedigenden Lunch schien sich der Nachmittag eher enttäuschend zu gestalten. Immerhin war es unwahrscheinlich, dass John McCrodden sich als so innervierend wie Sylvia Reagan erweisen würde. »Ich werde das Vergnügen des Sirop de Monde verschieben und zuerst Monsieur McCrodden empfangen,« sagte Poirot zu George. »Er klingt mir vertraut, der Name.« »Denken Sie möglicherweise an Rechtsanwalt Stanley McCrodden, Sir?« »Mais oui, bien sûr, Stanley Strang, des Henkers hilfreicher Freund, wenn gleich Sie, George, zu höflich sind, um ihn bei seinem so treffenden Sopriquet zu nennen. Der Galgen, nicht Rast noch Ruhe, gönnt ihm Stanley Strang.« »Er war maßgeblich daran beteiligt, dass etliche Verbrecher ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden, Sir,« pflichtete George ihm gewohnt taktvoll bei. »Vielleicht ist John McCrodden ja mit ihm verwandt,« sagte Poirot. »Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, es mir bequem zu machen, und dann mögen Sie ihn hereinführen.« Der Aufgabe, John McCrodden hereinzuführen, wurde George indes durch McCroddens Entschlossenheit enthoben, führerlos und unangemeldet hereinzumarschieren. Er schob sich an dem Kammerdiener vorbei und platzierte sich in der Mitte des Teppichs, wo er innehielt und erstarrte, als hätte er die Anweisung, eine Statue zu spielen. »Monsieur, s'il vous plaît, so nehmen Sie doch Platz,« sagte Poirot mit einem Lächeln. »Nein, danke,« sagte McCrodden. Sein Ton drückte verächtliche Distanz aus. »Er mochte um die vierzig sein,« schätzte Poirot. »Sein Gesicht besaß jene Art von Schönheit, die einem außer in Kunstwerk nur selten begegnete. Seine Züge hätte ein Meistergraveur ziseliert haben können. Es fiel Poirot schwer, das Gesicht mit der Kleidung in Einklang zu bringen, die schäbig und stellenweise mit Erde beschmutzt war. Hatte Mr. McCrodden die Angewohnheit, auf Parkbänken zu nächtigen? Hatte er überhaupt Zugang zu den üblichen häuslichen Annehmlichkeiten? Poirot fragte sich, ob McCrodden bestrebt war, alle Vorzüge, mit denen die Natur ihn bedacht hatte, die großen grünen Augen und das goldblonde Haar, dadurch zu tilgen, dass er sich ansonsten um eine möglichst abstoßende Erscheinung bemühte. McCrodden blickte wütend auf Poirot herab. »Ich habe Ihren Brief erhalten,« sagte er. Er traf heute Morgen ein. »Zu meinem Leidwesen muss ich Ihnen widersprechen, Monsieur. Ich habe Ihnen keinen Brief geschickt.« Stille trat ein und zog sich unbehaglich in die Länge. Poirot wünschte, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, befürchtete aber zu wissen, in welche Richtung das Gespräch sich weiterentwickeln würde. Aber es konnte nicht sein. Wie wäre das möglich? Nur in Träumen hatte er dieses Gefühl schon erlebt. Die unheilvolle Gewissheit, dass man in einer Situation gefangen ist, die keinerlei Sinn ergibt, noch, was man auch tun mag, jemals ergeben wird. »Was stand darin in diesem Brief, den Sie erhalten haben?«, fragte er. »Sie sollten es doch wohl wissen, da Sie ihn geschrieben haben,« sagte John McCrodden. »Sie beschuldigen mich, einen Mann namens Barnabas Pandy ermordet zu haben.« Zweites Kapitel Untragbare Provokation »Ich muss gestehen, ich war ziemlich enttäuscht«, fuhr McCrodden fort. »Der berühmte Hercule Poirot lässt sich zu einem Werkzeug für derlei Frivolitäten machen.« Poirot wartete ein paar Augenblicke ab, bevor er etwas darauf erwiderte. War es vielleicht seine Wortwahl gewesen, die sich als ungeeignet erwiesen hatte, Sylvia Reagan zum Zuhören zu bewegen, dann würde er sich bei John McCrodden um größere Klarheit und Überzeugungskraft bemühen. »Monsieur, s'il vous plaît, ich glaube Ihnen, dass jemand Ihnen einen Brief geschickt hat und dass Sie darin des Mordes beschuldigt wurden, des Mordes an Barnabas Pandy. Diesen Teil Ihrer Geschichte stelle ich nicht in Abrede, jedoch...« »Das könnten Sie auch nicht«, sagte McCrodden. »Monsieur, bitte, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass ich nicht der Verfasser des Briefes bin, den Sie erhalten haben. Für Hercule Poirot hat Mord nichts Frivoles an sich. Ich würde...« »Ach, einen Mord hat es bestimmt gar nicht gegeben.« Und da brach ihn McCrodden erneut, jetzt mit einem bitteren Lachen. »Oder falls doch, hat die Polizei den Verantwortlichen mit Sicherheit schon festgenommen.« »Das ist wieder nur so ein kindisches Spielchen meines Vaters.« Dann zog er die Brauen zusammen, als wäre ihm ein beunruhigender Gedanke gekommen. »Es sei denn, der alte Domschrat ist ein noch größerer Sadist, als ich dachte, und würde wirklich meinen Hals in einem tatsächlich unaufgeklärten Mordfall aufs Spiel setzen. Möglich wäre es wohl, bei seiner rücksichtslosen Entschlossenheit...« McCrodden verstummte. Dann murmelte er. »Ja, es ist möglich, daran hätte ich denken müssen.« »Ihr Vater ist der Rechtsanwalt Stanley McCrodden?«, fragte Poirot. »Das wissen Sie doch.« John McCrodden hatte sich bereits für enttäuscht erklärt, und genauso klang er jetzt auch. Als ob Poirot mit jedem Wort, das er sprach, nur noch tiefer in seiner Achtung senke. »Ich kenne Ihren Vater nur vom Hörensagen. Persönlich bin ich ihm noch nie begegnet, habe auch noch nie mit ihm gesprochen.« »Sie müssen natürlich die Komödie weiterspielen,« sagte John McCrodden. »Er hat Ihnen zweifellos eine ansehnliche Summe gezahlt, damit Sie seinen Namen heraushalten.« Er blickte sich im Zimmer um, in dem er stand, und schien es zum ersten Mal bewusst wahrzunehmen. Dann nickte er, als bestätigte er sich selbst irgendetwas und sagte, »Die Reichen, die, die Geld am wenigsten nötig haben, wie Sie, wie mein Vater, scheuen vor nichts zurück, um noch mehr davon in die Finger zu bekommen. Deswegen habe ich ihm auch von jeher misstraut. Ich tat recht daran. Sobald man sich an Geld gewöhnt hat, verdirbt es den Charakter. Und Sie, Monsieur Poirot, sind der lebende Beweis dafür.« Poirot konnte sich nicht entsinnen, wann zuletzt jemand etwas so Unerfreuliches, so Unfaires und so persönlich Verletzendes zu ihm gesagt hatte. Er entgegnete leise, »Ich habe mein ganzes Leben dem Kampf für das Gute und der Verteidigung der Unschuldigen und, ja, der zu Unrecht Beschuldigten geweiht. Diese Gruppe schließt Sie ein, Monsieur, und heute schließt Sie auch Hercule Poirot ein. Auch ich werde zu Unrecht beschuldigt. Ich bin ebenso wenig schuldig, den Brief, den Sie erhalten haben, verfasst und versendet zu haben, wie Sie eines Mordes. Auch mir ist kein Barnabas Pondy bekannt. Kein toter Barnabas Pondy und auch kein lebender Barnabas Pondy. Doch hier, ah, hier enden die Ähnlichkeiten zwischen uns beiden auch schon. Denn wenn Sie beteuern, Sie seien unschuldig, höre ich Ihnen zu. Ich denke bei mir, dieser Mann könnte die Wahrheit sagen. Wohin gegen, wenn ich? Verschonen Sie mich mit Ihren hochtrabenden Floskeln, fiel ihm McCrodden wieder ins Wort. Wenn Sie sich einbilden, ich würde funkelnder Rhetorik weniger misstrauen, als ich Geld, Ansehen oder sonst einem der Dinge misstraue, die mein Vater wertschätzt, so irren Sie sich gewaltig. Und da Stanley Strang zweifellos von Ihnen erwarten wird, dass Sie ihm meine Reaktion auf seine schmutzige kleine Intrige referieren, sagen Sie ihm bitte Folgendes. Ich spiele nicht mit. Ich habe noch nie etwas von einem Barnabas Pondy gehört. Ich habe niemanden ermordet. Also habe ich auch nichts zu befürchten. Ich habe genügend Zutrauen zum Gesetz dieses Landes, um mir sicher zu sein, dass man mich nicht wegen eines Verbrechens hängen wird, das ich nicht begangen habe. Glauben Sie denn, es ist das, was Ihr Vater will? Ich weiß es nicht. Schon möglich. Ich war von jeher der Überzeugung, dass Vater sollten ihm jemals die Schuldigen ausgehen, die er an den Galgen bringen kann, seiner Aufmerksamkeit den Unschuldigen zuwenden und behaupten würde, sie seien schuldig. Und zwar vor Gericht ebenso wie vor sich selbst. Hauptsache, er kann seinen Durst nach dem Blut seiner Mitmenschen stillen. Das ist eine bemerkenswerte Anschuldigung, Monsieur, und nicht die erste, die Sie seit Ihrem Erscheinen erhoben haben. McCrottons knappe, nüchterne Sprechweise ließ Poirot frösteln. Sie verlieh seinen Worten einen Anschein von Objektivität, als ob er lediglich die reinen, unbestreitbaren Fakten referierte. Der Stanley Strang, von dem Poirot im Laufe der Jahre so viel gehört hatte, war nicht der Mann, den sein Sohn jetzt beschrieb. Er war ein glühender Verfechter der Todesstrafe. Ein bisschen zu glühend für Poirots Geschmack, da es oft Umstände gab, die es zu berücksichtigen galt. Aber Poirot vermutete doch, dass McCrotton Senior bei der Vorstellung, ein Unschuldiger könnte gehängt werden, ebenso entsetzt, wie er selbst gewesen wäre. Und wenn der fragliche Angeklagte sogar sein eigener Sohn war, Monsieur, ich bin noch nie in all meinen Jahren nicht einem Vater begegnet, der bestrebt gewesen wäre, seinen Sohn für einen Mord, den er nicht begangen hat, an den Galgen zu bringen. Sind Sie doch, gab John McCrotton sofort zurück. Trotz Ihrer anderslautenden Beteuerungen weiß ich, dass Sie meinem Vater begegnet sein müssen, oder zumindest haben Sie mit ihm gesprochen, und Sie beide haben sich verschworen, mich zu beschuldigen. Schön, Sie können meinem teuren Papa ausrichten, dass ich ihn nicht mehr hasse. Jetzt, da ich sehe, wie tief er bereit ist zu sinken, tut er mir leid. Er ist nicht besser als ein Mörder. Ebenso wenig wie Sie, Monsieur Poirot. Und das Gleiche gilt für jeden, der es für richtig hält, Übeltäter vermittels eines Strangs vom Leben zum Tode zu befördern, wie unser brutales Rechtssystem es vorsieht. Ist das Ihre Überzeugung? Monsieur. Mein Leben lang bin ich für Vater ein Quell der Scham und Enttäuschung gewesen, indem ich mich weigerte, mich zu fügen, das zu tun, was er verlangt, zu denken, was er denkt, den Beruf seiner Wahl zu ergreifen. Er wollte, dass ich Jurist werde. Er hat mir nie verziehen, dass ich nicht er sein wollte. Dürfte ich fragen, was Sie von Beruf sind? Beruf? McRodden schnaubte. Ich arbeite für meinen Lebensunterhalt. Nichts Besonderes, nichts Großartiges, was etwa beinhaltete, mit dem Leben anderer Leute zu spielen. Ich habe in einem Bergwerk gearbeitet, auf Bauernhöfen, in Fabriken. Ich habe Flitter für Damen gemacht und verkauft. Verkaufen kann ich gut. Momentan habe ich einen Marktstand. Dank ihm habe ich ein Dach über dem Kopf. Aber nichts von all dem ist gut genug für meinen Vater. Und da er Stanley McRodden ist, wird er sich nicht geschlagen geben. Niemals. Was meinen Sie damit? Ich hatte gehofft, er hätte mich aufgegeben. Jetzt ist mir klar, dass er das niemals tun wird. Er weiß, dass ein des Mordes Beschuldigter sich verteidigen muss. Tatsächlich ist es ziemlich clever von ihm. Er versucht, mich zu provozieren und malt sich, wie ich vermute, genüsslich aus, dass ich darauf bestehen würde, mich in meinem Mordprozess im Old Bailey selbst zu verteidigen. Und dazu müsste ich mich wohl oder übel in die Juristerei vertiefen, nicht wahr? Ganz offensichtlich war Stanley McRodden für John McRodden das, was Eustace für Sylvia Reagan war. Sie können ihm von mir ausrichten, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Ich werde nie der Mensch sein, den mein Vater in mir sehen will. Und ich würde es vorziehen, wenn er weitere Versuche unterließe, mit mir in Verbindung zu treten, sei es direkt oder indem er sie oder sonst eine seiner Schranzen als Postillon verwendet. Poirot erhob sich aus seinem Sessel. Bitte warten Sie hier einen Augenblick, sagte er. Er verließ das Zimmer und achtete darauf, dass die Tür hinter ihm weit offen blieb. Als Poirot zurückkam, wurde er von seinem Kammerdiener begleitet. Er lächelte John McRodden zu und sagte, Georges kennen Sie ja bereits. Wie ich hoffe, konnten Sie hören, wie ich ihm erklärte, dass für eine kurze Weile seine Anwesenheit vonnöten sei. Ich habe eigens die Stimme erhoben, damit Sie alles hören konnten, was ich zu ihm sagte. Ja, ich habe es gehört, sagte McRodden mit gelangweilter Stimme. Wenn ich sonst noch etwas zu Georges gesagt hätte, so hätten Sie das ebenfalls gehört. Das habe ich nicht. Somit wird das, was er Ihnen gleich sagen wird, Sie, wie ich hoffe, davon überzeugen, dass ich nicht Ihr Feind bin. Bitte, Georges, sprechen Sie. George machte ein verdutztes Gesicht. Er war es nicht gewohnt, so unbestimmte Anweisungen zu erhalten. »Von Rubin, Sir?« Poirot wandte sich zu John McRodden. »Sie sehen?« »Er weiß es nicht. Ich habe ihn nicht darauf vorbereitet. Georges, als ich heute vom Lunch zurückkehrte, erzählte ich Ihnen etwas, was mir gerade widerfahren war, richtig?« »So ist es, Sir.« »Bitte, wiederholen Sie, was ich Ihnen erzählte.« »Sehr wohl, Sir.« Sie wurden von einer Dame angesprochen, die sich als Mrs. Sylvia Reagan vorstellte. Mrs. Reagan war der irrigen Auffassung, Sie hätten ihr einen Brief geschrieben, in dem Sie sie des Mordes bezichtigten. »Merci, Georges.« »Und sagen Sie mir, wer war das angebliche Opfer dieses Mordes?« »Ein Mr. Barnabas Pandy, Sir.« »Und was sagte ich Ihnen sonst noch?« »Dass Sie mit einem Mann dieses Namens nicht bekannt seien, Sir. Falls es einen solchen Gentleman gebe, wüssten Sie nicht, ob er lebendig oder tot sei oder ob er ermordet worden sei. Als Sie versuchten, dies Mrs. Reagan klarzumachen, und weigerte sie, sich zuzuhören. Poirot wandte sich triumphierend zu John McRodden. »Monsieur, vielleicht wünscht Ihr Vater also, dass auch Sylvia Reagan sich im Old Bailey selbst verteidigt? Oder sind Sie endlich bereit einzuräumen, dass Sie Hercule Poirot falsch beurteilt und auf höchst unfaire Weise angefeindet haben? Übrigens könnte es für Sie von Interesse sein, dass Madame Reagan mich gleichfalls beschuldigte, mich mit einem Ihrer Widersacher gegen Sie verschworen zu haben. Einem Mann namens Eustace.« »Ich behaupte nach wie vor, dass hinter all dem mein Vater steckt,« sagte John McCrodden nach einer kurzen Pause. Er klang entschieden weniger sicher als zuvor. »Er genießt nichts so sehr wie die Auseinandersetzung mit einem anspruchsvollen Rätsel. Offenbar soll ich jetzt auch noch herausfinden, warum Mrs. Reagan den gleichen Brief wie ich erhalten hat.« »Wenn man eine vorherrschende Sorge hat, Ihre Befasstheit mit Ihrem Vater oder Sylvia Regons besessen sein von diesem Justus, färbt dies auf die Art und Weise ab, wie man die Welt wahrnimmt,« sagte Poirot mit einem Seufzer. »Ich vermute, Sie haben den Brief nicht bei sich?« »Nein. Ich habe ihn zerrissen und die Fetzen meinem Vater zugesandt, mit ein paar Begleitzeilen, in denen ich ihm gesagt habe, was ich von ihm halte. Und jetzt sage ich es Ihnen, Monsieur Poirot. Ich lasse mir das nicht bieten. Nicht einmal der große Hercule Poirot kann Unschuldige des Mordes bezichtigen und erwarten, damit ungestraft davonzukommen.« Es war eine beträchtliche Erleichterung, als John McCrodden endlich den Raum verließ. Poirot trat ans Fenster und beobachtete, wie sein Besucher sich vom Gebäude entfernte. »Wäre jetzt Ihr Sirop de Monde genehm, Sir?« fragte George. »Mon ami, jetzt wäre mir ein ganzer Ozean von Sirop de Monde genehm.« Als er erkannte, dass er möglicherweise eine gewisse Verwirrung verursacht hatte, stellte er klar. »Ein Glas, bitte, George, nur eins.« Poirot kehrte tief beunruhigt zu seinem Sessel zurück. Was konnte man noch für die Gerechtigkeit oder den Frieden in der Welt hoffen, wenn drei Menschen, die eigentlich einen Interessenbund hätten schließen können, drei zu Unrecht Beschuldigte, Sylvia Reagan, John McCrodden und Hercule Poirot, es nicht fertig brachten, sich zusammenzusetzen und ein ruhiges, vernünftiges Gespräch zu führen, durch das sie gemeinsam hätten ergründen können, was genau geschehen war. Stattdessen hatte es Wutausbrüche gegeben. Die fast fanatische Weigerung, einen anderen Standpunkt als den eigenen einzunehmen und eine unablässige Flut von Verbalinjurien. Nicht von Seiten Hercule Poirot allerdings. Er hatte sich selbst angesichts einer untragbaren Provokation untadelig verhalten. Als George ihm seinen Sirop brachte, fragte er, »Sagen Sie, ist sonst noch jemand da, der mich sprechen möchte?« »Nein, Sir.« »Niemand hat angerufen und um einen Termin gebeten?« »Nein, Sir. Erwarten Sie jemanden?« »Hui. Ich erwarte einen wütenden Unbekannten, vielleicht sogar mehrere davon.« »Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Sir.« Just in dem Augenblick klingelte das Telefon. Poirot nickte und gestattete sich ein kleines Lächeln. Wenn eine Situation keine weiteren Freuden bot, dachte er, konnte man sich ebenso gut darüber freuen, Recht gehabt zu haben. »Das ist er schon, George.« »Oder Sie.« »Die dritte Person. Die dritte von wer weiß wie vielen. Drei, vier, fünf. Jede Zahl wäre möglich.« »Jede Zahl wovon, Sir?« »Von Menschen, die einen Brief erhalten haben, der sie des Mordes an Barnabas Pondy beschuldigt und betrügerischerweise unterschrieben ist mit dem Namen Hercule Poirot.« Drittes Kapitel. Die dritte Person. Um drei Uhr des folgenden Tages erhielt Poirot den Besuch einer Miss Annabelle Treadway. Während er darauf wartete, dass George sie hereinführte, merkte er, dass er sich auf die bevorstehende Begegnung freute. Menschen anders gearteten Temperaments hätte es vielleicht bald gelangweilt, von einer Folge von Wildfremden in ihrer Entschlossenheit auf nichts, was man ihnen sagte, zu hören, vereinten Personen ein um das andere Mal mit derselben Beschuldigung konfrontiert zu werden. Nicht so Poirot. Dieses dritte Mal gelobte er sich, würde es ihm gelingen, seine Argumentation zum Abschluss zu bringen. Er würde Miss Annabelle Treadway davon überzeugen, dass er die Wahrheit sagte. Vielleicht würde man dann etwas vorankommen und sich interessanteren Fragen zuwenden können. Dem Rätsel, wie die meisten Leute, selbst intelligente Exemplare, so unlogisch und stur sein konnten, war Poirot bereits in der vergangenen Nacht, während er wach lag, hinlänglich nachgegangen. Jetzt drängte es ihn, seine Aufmerksamkeit Barnabas Pandy selbst zuzuwenden. Vorausgesetzt natürlich Barnabas Pandy besaß überhaupt etwas wie Selbstheit. Es war schließlich möglich, dass er gar nicht existierte, nie existiert hatte und nichts mehr war als ein Hirngespinst des Verfassers dieser Briefe. Die Tür öffnete sich und George ließ eine magere Frau von durchschnittlicher Größe eintreten, mit hellem Haar, dunklen Augen und ebensolcher Kleidung. Poirot erschrak über seine eigene Reaktion auf ihren Anblick. Er hatte das Gefühl, den Kopf neigen und »mein Beileid, Mademoiselle« sagen zu müssen. Da er aber keinen Grund zu der Annahme sah, dass sie einen Verlust erlitten hatte, unterdrückte er diesen Impuls. Ein Brief, der sie des Mordes beschuldigte, mochte bei ihr Ärger oder Besorgnis auslösen, doch er konnte schwerlich als eine Tragödie gewertet werden. Traurig, sagte sich Poirot, würde er einen nicht machen. Doch ebenso unbestreitbar wie John McCrodden Poirots Zimmer mit kalter Verachtung erfüllt hatte, brachte Annabelle Treadway Kummer mit sich. Herzeleid, dachte Poirot. Er spürte es so intensiv, als wäre es sein eigenes. »Merci, George«, sagte er, »bitte, nehmen Sie Platz, Mademoiselle.« Sie eilte zum nächsten Stuhl und nahm darauf eine Sitzposition ein, die unmöglich bequem sein konnte. Poirot stellte fest, dass ihr auffälligstes physiognomisches Merkmal eine tiefe, senkrechte Falte war, die zwischen ihren Augenbrauen entsprang, eine deutliche Furche, die ihre Stirn in zwei exakte Hälften zu teilen schien. Poirot beschloss nicht wieder hinzusehen, damit sie es nicht am Ende bemerkte. »Danke, dass Sie mir gestattet haben, heute zu Ihnen zu kommen,« sagte sie leise, »ich hatte damit gerechnet, dass Sie ablehnen würden.« Während sie sprach, sah sie Poirot fünf oder sechsmal an, um jedes Mal rasch wieder wegzuschauen, als wollte sie nicht von ihm dabei ertappt werden, wie sie ihn beobachtete. »Woher kommen Sie, Mademoiselle?« »Ach, der Name würde Ihnen sicher nichts sagen. Er sagt niemandem was, ein Nest auf dem Land.« »Warum hatten Sie damit gerechnet, dass ich Sie nicht empfangen würde?« »Die meisten Menschen würden nichts unversucht lassen, um zu verhindern, dass jemand, den Sie für einen Mörder halten, ihr Heim betritt,« sagte sie. »Monsieur Poirot, was ich Ihnen sagen wollte, ist, na ja, vielleicht glauben Sie mir nicht, aber ich bin unschuldig. Ich könnte keine Menschenseele töten, niemals. Sie können nicht wissen.« Sie brach atemlos ab. »Bitte, fahren Sie fort,« sagte Poirot freundlich. »Was kann ich nicht wissen?« »Ich habe noch nie irgendjemandem Schmerz oder Schaden zugefügt, und ich wäre dazu auch gar nicht fähig. Ich habe Leben gerettet.« »Mademoiselle!« Annabelle Treadway hatte ein Taschentuch hervorgeholt und betupfte sich jetzt damit die Augen. »Bitte verzeihen Sie, wenn ich prahlerisch geklungen haben sollte. Es war nicht meine Absicht, mir besondere Herzensgüte oder besondere Leistungen zuzuschreiben. Aber es stimmt, dass ich ein Menschenleben gerettet habe, vor vielen Jahren.« »Ein Menschenleben? Ich hatte Sie so verstanden, dass es mehrere waren.« »Ich meinte damit nur, dass ich, wenn ich wieder die Gelegenheit dazu hätte, jedes Leben retten würde, das ich nur retten kann, selbst wenn ich dazu mein eigenes in Gefahr bringen müsste.« Ihre Stimme zitterte. »Liegt es daran, dass Sie besonders heldenmütig sind oder daran, dass Sie glauben, andere Menschen seien wichtiger als Sie selbst?« fragte Poirot. »Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Für jeden von uns sollten andere Menschen grundsätzlich vorgehen. Ich behaupte nicht selbstloser als die Mehrheit zu sein, und ich bin alles andere als tapfer. Tatsächlich bin ich ein schrecklicher Feigling. Hierher zu kommen, um Sie zu sprechen, hat meinen ganzen Mut erfordert. Meine Schwester Lenore, Sie ist die Mutige. Sie sind bestimmt auch mutig, Monsieur Poirot. Würden Sie nicht jedes Leben retten, das Sie retten können? Jedes Einzelne?« Poirot runzelte die Stirn. Das war eine eigenartige Frage. Das ganze Gespräch war bislang ungewöhnlich gewesen, selbst für das, was Poirot im Geiste, das neue Zeitalter des Barnabas Pandy, getauft hatte. »Ich habe viel über Ihre Arbeit gehört, und ich bewundere Sie sehr«, sagte Annabelle Treadway. »Deswegen hat mich Ihr Brief ja auch so verletzt. Monsieur Poirot, Sie gehen völlig fehl in Ihrem Verdacht. Sie sagen, Sie hätten Beweise gegen mich, aber ich begreife nicht, wie das möglich sein könnte. Ich habe kein Verbrechen begangen.« »Und ich habe Ihnen keinen Brief geschickt«, entgegnete Poirot. »Ich habe Sie nicht beschuldigt und beschuldige Sie auch jetzt nicht, Barnabas Pandy ermordet zu haben.« Annabelle Treadway blinzelte Poirot erstaunt an. »Aber ich verstehe nicht«, »der Brief, den Sie erhalten haben, wurde nicht vom wahren Erkühl Poirot geschrieben.« »Aber ich bin unschuldig. Ein Schwindler hat diese Anschuldigungen verschickt, jedes Mal mit meinem Namen unterzeichnet.« »Jedes, jedes Mal? Wollen Sie damit sagen?« »Ui. Sie sind die dritte Person in zwei Tagen, die mir genau das sagt, dass ich ihr geschrieben und sie beschuldigt hätte, Barnabas Pandy ermordet zu haben. Gestern waren es Madame Sylvia Regan und Monsieur Jean-Mécroden. Heute sind Sie es.« Poirot beobachtete sie aufmerksam, um festzustellen, ob die Namen ihrer Mitangeklagten irgendeine Reaktion bei ihr auslösten. So weit er erkennen konnte, war das nicht der Fall. »Dann haben Sie also nicht?« Ihre Lippen bewegten sich, nachdem sie verstummt war, noch eine Zeit lang weiter. Endlich sagte sie, »Sie halten mich also nicht für eine Mörderin?« »Das ist korrekt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich keinen Grund zu der Annahme, Sie hätten weh noch immer ermordet. Wohlgemerkt, wenn Sie die einzige Person wären, die zu mir gekommen wäre und von diesem Anklagebrief erzählt hätte, könnte ich mich schon fragen.« Dann aber beschloss Poirot, keinen weiteren Einblick in seine Gedankengänge zu gewähren, lächelte und sagte, »Es ist ein grausamer Streich, den dieser Gauner, wer auch immer er sei, uns beiden gespielt hat, Mademoiselle. Die Namen Sylvia Regan und Jean-Mécroden sind Ihnen nicht bekannt?« »Ich höre beide zum ersten Mal«, sagte Annabelle Treadway. »Und Streiche sollten lustig sein. Dieser ist nicht lustig, er ist entsetzlich. Wer würde nur so etwas machen? Ich selbst bin nicht wichtig, aber so etwas einem Mann Ihres Rufes anzutun, ist empörend, Monsieur Poirot.« »Mir sind Sie sogar sehr wichtig«, versicherte er ihr. »Einzig Sie, von den drei Personen, die diesen Brief erhalten haben, haben mir zugehört. Einzig Sie glauben, er kühlt Poirot, wenn er sagt, dass er einen solchen Anklagebrief weder geschrieben noch verschickt hat. Sie geben mir nicht das Gefühl, dass ich allmählich den Verstand verliere, so wie es die zwei anderen getan haben. Dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar.« Noch immer lastete eine beklemmende Trauerstimmung auf dem Zimmer. Wenn es Poirot nur gelänge, ein Lächeln auf Annabelle Treadways Gesicht zu zaubern. Ah, doch das war eine gefährliche Denkrichtung. Gestattete man jemandem, die eigenen Emotionen zu beeinflussen, litt die Urteilskraft darunter. Immer. Nachdem er sich ins Gedächtnis gerufen hatte, dass Miss Treadway auch, wenn sie hilflos und verloren wirkte, durchaus einen Mann namens Barnabas Pandy ermordet haben konnte, fuhr Poirot weniger überschwänglich fort. »Madame Regand, Monsieur McRodden, Sie schenkten Poirot keinen Glauben. Sie hörten nicht zu.« »Sie haben Sie doch wohl nicht der Lüge bezichtigt?« »Bedauerlicherweise doch.« »Aber Sie sind doch Hercule Poirot.« »Eine unbestreitbare Tatsache.« pflichtete Poirot ihr bei. »Dörf ich fragen? Haben Sie den Brief mitgebracht?« »Nein. Ich habe ihn leider sofort vernichtet. Ich, ich konnte seine bloße Existenz nicht ertragen.« »Dommage. Ich hätte ihn mehr gern angesehen.« »Ach, eh bien, Mademoiselle. Wenden wir uns dem nächsten Schritt in unserer Ermittlung zu. Wer könnte auf diese bestimmte Weise Unheil anrichten wollen, zu ihrem, zu meinem und zu Madame Regands und Monsieur McRoddens Schaden. Vier Personen, die diesen Barnabas Pondy nicht kennen, falls er überhaupt existiert. Was, soweit wir wissen?« »Ach«, entfuhr es Annabelle Treadway. »Was ist mit Ihnen?«, fragte Poirot. »Sagen Sie es mir. Haben Sie keine Angst.« Sie sah zu Tode erschrocken aus. »Es ist nicht wahr«, flüsterte sie. »Was ist nicht wahr?« »Er existiert sehr wohl.« »Monsieur Pondy?« »Barnabas Pondy?« »Ja.« »Na ja, er hat existiert.« »Er ist nämlich tot.« Aber nicht ermordet worden. Er schlief ein und... Ich dachte, es war nicht meine Absicht, Sie zu täuschen, Monsieur Poirot. Ich hätte es gleich klipp und klar sagen sollen. Ich dachte einfach...« Ihre Blicke flogen hierhin und dorthin durchs Zimmer. In diesem Moment, spürte Poirot, herrschte in ihrem Geist ein gewaltiges durcheinander. »Sie haben mich nicht getäuscht«, beruhigte er sie. »Madame Regan und Monsieur McGrodden behaupteten Stein und Bein, niemanden dieses Namens zu kennen, und ich kenne ihn ebenso wenig. Ich zog dem vorschnellen Schluss das gleiche Treffer auch auf Sie zu. Jetzt erzählen Sie mir bitte alles, was Sie über Monsieur Pondy wissen. Er ist tot, sagen Sie.« »Ja. Er starb im Dezember letzten Jahres. Vor drei Monaten.« »Und Sie sagen, es war kein Mord? Was bedeutet, Sie wissen, wie er ums Leben kam?« »Natürlich. Ich war ja da. Wir lebten zusammen im selben Haus.« »Sie... Sie lebten zusammen?« »Das hatte Poirot nicht erwartet.« »Ja, seit meinem achten Lebensjahr«, sagte sie. »Barnabas Pondy war mein Großvater.« »Er war für mich eher ein Vater als ein Großvater«, erklärte Annabelle Treadway Poirot, sobald er es geschafft hatte, sie zu überzeugen, dass er ihr wirklich nicht vorwarf, ihn in die Irre geführt zu haben. Meine Eltern starben, als ich sieben war, und Grandy, so nannte ich ihn, nahm uns auf. Lenore und mich. Auch Lenore ist mir wie ein Elternteil gewesen, in gewisser Hinsicht. Ich weiß nicht, was ich ohne sie täte. Grandy war furchtbar alt. Natürlich ist das traurig, wenn sie uns verlassen, aber alte Leute starben nun einmal nicht. Natürlich erst, wenn ihre Zeit gekommen ist. Die Diskrepanz zwischen ihrem sachlichen Ton und der Traurigkeit, die sie ausstrahlte, veranlasste Poirot zu dem Schluss, dass es auf jeden Fall nicht der Tod ihres Großvaters war, der sie so betrübte. Dann änderte sich ihr Verhalten. Etwas blitzte in ihren Augen auf, und sie sagte heftig, »Die Leute nehmen es sich viel weniger zu Herzen, wenn alte Leute sterben, und das ist fürchterlich unfair.« Er hatte ein ausgefülltes Leben, sagen sie dann. Als ob es dadurch erträglicher wäre, während, wenn ein Kind stirbt, jeder weiß, dass das eine schreckliche Tragödie ist. Ich glaube, dass jeder Tod eine Tragödie ist. Finden Sie das nicht auch unfair, Monsieur Poirot?« Das Wort Tragödie schien in der Luft wiederzuhallen. Hätte man Poirot aufgetragen, ein Wort auszuwählen, das die Frau vor ihm am treffendsten definierte, hätte er sich für genau dieses entschieden. Es war fast eine Erleichterung, es laut ausgesprochen zu hören. Als er ihre Frage nicht sofort beantwortete, errötete Annabelle Treadway und sagte, »Als ich von alten Leuten sprach und davon, dass niemand sich ihren Tod so sehr zu Herzen nehmen würde wie ... Also, ich meinte damit nicht ... Ich habe davon wirklich sehr alten Leuten gesprochen. Grandy war 94, was mit Sicherheit viel älter ist als ... Ich hoffe, ich bin ihnen nicht so nahe getreten.« »So«, sinnierte Poirot, »schafften es manche Erklärungen, mehr zu beunruhigen als die ursprüngliche Bemerkung, die sie eigentlich entschärfen sollten.« Nicht ganz aufrichtig erklärte er Annabelle Treadway, er sei nicht beleidigt. »Wie vernichteten Sie übrigens den Brief?«, fragte er sie. Sie richtete den Blick auf ihre Knie. »Sie würden es vorziehen, es mir nicht zu sagen?« »Wenn man des Mordes beschuldigt wird, nicht von Ihnen, aber von irgendjemandem doch mit Sicherheit, zögert man ein wenig, überhaupt etwas preiszugeben.« »Das verstehe ich. Trotzdem würde ich gern wissen, was Sie damit gemacht haben.« Sie zog die Brauen zusammen. »Alors«, dachte Poirot, als sich die Falte über ihrer Nasenwurzel vertiefte. Das Rätsel zumindest war damit gelöst. Sie hatte die Angewohnheit, die Augenbrauen zusammenzuziehen, und zwar schon seit vielen Jahren. Die Furche auf ihrer Stirn war der Beweis. »Sie halten mich bestimmt für eine abergläubische Gans, wenn ich es Ihnen verrate,« sagte sie und hob dabei das Taschentuch bis unter ihre Nase. Sie weinte zwar noch nicht, rechnete aber vielleicht damit, dass es bald passieren würde. Ich habe einen Federhalter genommen und jedes Wort dick durchgestrichen, sodass man überhaupt nichts mehr lesen konnte. Auch ihren Namen, Monsieur Poirot, jedes einzelne Wort. Dann habe ich das Blatt zerrissen und die Schnipsel verbrannt.« »Drei jeweils vollgültige Methoden der Tilgung.« Poirot lächelte. »Ich bin beeindruckt. Madame Regan und Monsieur McCordden waren nicht so gründlich wie Sie, Mademoiselle. Da wäre noch etwas anderes, was ich Sie fragen möchte. Mein Eindruck täuscht mich doch nicht, dass Sie unglücklich sind und sich möglicherweise fürchten.« »Zu befürchten habe ich nichts,« antwortete sie sofort. »Ich sagte Ihnen doch, ich bin unschuldig.« »Ach, wenn es nur Lenore oder Ivy wären, die mich beschuldigten, dann wüsste ich schon, wie ich Sie überzeugen könnte.« »Ich würde sagen, natürlich wissen Sie schon so, dass ich Grandy nicht getötet habe.« »Wer ist Obi?«, fragte Poirot. »Hopscotch, mein Hund. Er ist mein allerliebster Liebling. Ich würde nie bei seinem Leben schwören und dann lügen.« »Sie würden ihn lieben, Monsieur Poirot. Es ist unmöglich, ihn nicht zu lieben.« Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft lächelte Annabelle Treadway und die dicke Schicht Traurigkeit, die die Atmosphäre im Zimmer beschwerte, lichtete sich ein wenig. »Jetzt muss ich zu ihm zurück. Sie werden es verrückt von mir finden, aber er fehlt mir entsetzlich. Und ich habe keine Angst, ehrlich. Wenn derjenige, der den Brief geschrieben hat, nicht bereit war, seinen Namen darunter zu setzen, dann ist es keine ernstzunehmende Anschuldigung, oder? Es war ein alberner Streich, mehr steckt nicht dahinter. Und ich bin sehr froh, dass ich sie aufsuchen durfte und die Sache richtig stellen konnte. Jetzt muss ich gehen.« »Bitte, Mademoiselle, brechen Sie noch nicht auf. Ich würde Ihnen gern weitere Fragen stellen.« »Aber ich muss zur Hobby zurück,« beharrte Annabelle Treadway und stand auch schon auf. »Er braucht, und keiner von Ihnen kann, wenn ich nicht da bin, ist er... Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, wer auch immer Ihnen diese Briefe geschickt hat, wird Ihnen keine weiteren Unannehmlichkeiten bereiten. Danke, dass Sie mich empfangen haben. Guten Tag, Monsieur Poirot.« »Guten Tag, Mademoiselle,« sagte Poirot in die Leere eines Zimmers, das mit einem Mal nichts außer ihm und einem nachklingenden Gefühl von Hoffnungslosigkeit enthielt. Viertes Kapitel Der ausgeschlossene Vierte Der nächste Vormittag fühlte sich für Acule Poirot sonderbar an. Es schlug zehn und noch immer hatte kein Unbekannter angerufen. Keine Menschenseele war in Whitehaven Menschens vorstellig geworden, um ihn zu beschuldigen, sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigt zu haben. Er wartete noch bis zwanzig vor zwölf. Man konnte nie wissen, wann ein schadhafter Wecker einen Beschuldigten verschlafen ließ und brach dann zu Pleasants Coffeehouse auf ans andere Ende der Stadt. Die inoffizielle Geschäftsführung des Pleasants hatte eine junge Kellnerin namens Euphemia Spring inne. Jedermann nannte sie nur Vieh. Poirot mochte sie maßlos. Sie sagte die überraschendsten Dinge. Ihr fliegendes Haar trotzte der Schwerkraft, indem es sich weigerte, glatt an ihrem Kopf anzulegen. Ihr Verstand allerdings hatte nichts Flatterhaftes oder Verfusseltes an sich, sondern war im Gegenteil stets bei der Sache. Sie kochte den besten Kaffee in ganz London, und anschließend tat sie ihr Bestes, um Gäste davon abzubringen, welchen zu trinken. Tee, wie sie gern verkündete, sei ein weit edleres Getränk und der Gesundheit zuträglich, wohingegen Kaffee angeblich zu schlaflosen Nächten und zu jedweder Art von Verderben führte. Ungeachtet von Viehs Warnungen und Beschwörungen fuhr Poirot fort, ihren ausgezeichneten Kaffee zu trinken, und hatte festgestellt, dass sie zu vielerlei Themen, mit Ausnahme des eben Erwähnten, viel Kluges anzumerken hatte. Eines ihrer Spezialgebiete war Poirots Freund und gelegentlicher Helfer, Inspektor Edward Ketchpool, was auch der Grund für Poirots heutiges Hiersein war. Das Kaffeehaus füllte sich langsam. An der Innenseite der Fenster ran Feuchtigkeit herab. Als Poirot hereinkam, bediente Vieh gerade einen Herrn, aber sie winkte ihm mit der Linken zu, eine beräte Geste, die ihm bedeutete, wo genau er sich hinsetzen und auf sie warten sollte. Poirot setzte sich. Er rückte das Besteck, das vor ihm lag, wie er es immer tat, gerade und bemühte sich, die Teekannen-Kollektion, die die Deckenhohen Wandregale füllte, nicht anzusehen. Er empfand ihren Anblick als unerträglich. Allesamt verschieden und allem Anschein nach planlos ausgerichtet. Das entbehrte jeder Logik. Jemand zu sein, dem Teekannen immerhin so viel bedeuteten, dass er sie in solchen Mengen sammelte und dennoch die Notwendigkeit nicht einzusehen, die Tüllen alle in dieselbe Richtung zu drehen. Poirot hatte Vieh seit langem im Verdacht, sich einzig und allein zu dem Zweck, ihm Seelenqualen zu bereiten, um eine möglichst undurchdachte Anordnung zu bemühen. Einmal, als die Teekannen noch auf eine konventionellere Manier aufgereiht standen, hatte er angemerkt, dass eine nicht korrekt ausgerichtet sei. Seitdem war, so oft er ins Pleasance kam, keinerlei System mehr zu erkennen gewesen. Auf Kritik sprach Vieh nicht gut an. Sie erschien von der Seite und knallte einen Teller zwischen Gabel und Messer auf den Tisch. Darauf lag ein Stück Kuchen, das Poirot nicht bestellt hatte. »Ich brauche gleich Ihre Hilfe«, sagte sie, bevor er sie wegen Catchpool fragen konnte. »Aber zuerst wird aufgegessen.« Es war ihr berühmter Kirchenfensterkuchen, so genannt, weil jedes einzelne Stück zwei gelbe und zwei rosafarbene Quadrate aufwies, die an die bunten Glasfelder eines Kirchenfensters erinnern sollten. Poirot fand den Namen ärgerlich. Kirchenfenster waren buntfarbig, das schon, aber sie waren auch durchsichtig und aus Glas. Ebenso gut hätte man ihn Schachbrettkuchen nennen können. Daran musste Poirot immer denken, wenn er ihn sah, an ein Schachbrett, wenn gleich ein zu kleines und in den falschen Farben gehalten ist. »Ich habe heute Morgen bei Scotland Yard angerufen«, erklärte er Vieh. »Es heißt, Catchpool mache Urlaub am Meer mit seiner Mutter. Das klingt mir nicht wahrscheinlich.« »Essen«, sagte Vieh. »Wie, meh.« »Aber Sie wüssten gern, wo Edward ist.« »Warum? Ist was passiert?« Seit einigen Monaten nannte sie Catchpool beim Vornamen, allerdings nie, wie Poirot beobachtet hatte in seiner Anwesenheit. »Wissen Sie, wo er ist?« fragte Poirot sie. »Gut möglich«. Vieh grinste. »Ich verrate Ihnen gern alles, was ich weiß, sobald Sie versprochen haben, dass Sie mir helfen. Jetzt essen Sie.« Poirot seufzte. »Inwiefern ist es Ihnen eine Hilfe, wenn ich ein Stück Ihres Kuchens esse?« Vieh setzte sich neben ihn und stemmte beide Ellbogen auf den Tisch. »Das ist nicht mein Kuchen«, flüsterte sie, als wäre von etwas Peinlichem die Rede. »Sieht genauso aus, schmeckt genauso, ist aber nicht von mir. Das ist das Problem.« »Ich verstehe nicht.« »Sind Sie hier mal von einem Mädchen bedient worden, was Philippa hieß? Klappadeur? Zähne wie ein Pferd?« »No, die Beschreibung sagt mir nichts.« »War nicht lang hier. Ich hab sie mal dabei erwischt, wie sie Essen klaute und musste mit ihr Tacheles reden. Nicht, dass sie nicht was auf den Rippen gebrauchen könnte, aber dass sie sich von den Tellern von Leuten bediente, die wo treu und brav gezahlt hatten, das konnte ich nicht durchgehen lassen. Ich hab zu ihr gesagt, Reste könnt sie gern haben, aber die waren ihr ja nicht gut genug. Hat ihr nicht gepasst, als Diebin bezeichnet zu werden? Passt Dieben ja nie. Und so hat sie sich nicht wieder blicken lassen. »Schön, jetzt serviert sie in dem neuen Coffeehouse Campbells gleich bei der Weinhandlung auf der Oxford Street. Die können sie herzlich gern behalten und viel Vergnügen dabei. Aber dann fangen Gäste an, mir zu erzählen, dass sie meinen Kuchen bäckt. Anfangs habe ich ihnen nicht geglaubt. Woher sollte sie das Rezept kennen? Von meiner Uroma stammt das. Dann kriegte es meine Oma, dann meine Ma und dann ich. Ich tät mir eher die Zunge abbeißen, als das irgendwem von außerhalb der Familie zu verraten. Und hab ich auch nicht. Keiner Menschen Seele. Ganz bestimmt aber nicht ihr. Ich hab's auch nirgendwo aufgeschrieben. Die einzige Art, wie sie's wissen konnte, wär, wenn sie mir heimlich dabei zugeschaut hätte, wie ich den Kuchen am Machen war. Und als ich richtig nachgedacht hab, da hab ich gedacht, ja, das könnt so gewesen sein. Ein einziges Mal hätt schon gereicht, wenn sie richtig aufgepasst hat. Und so ganz ausschließen kann ich das nicht. Die viele Zeit, wo wir nebeneinander gestanden hatten, immer in dieser winzigen Küche. Vieh streckte einen vorwurfsvollen Finger aus, als wäre die Küche des Pleasants an allem schuld. Ist ja nicht weiter ne Kunst so zu tun, wie wenn sie grad mit was anderem beschäftigt wäre. Und sie war ne richtige kleine Schnüfflerin. Wie auch immer, ich musste da hin und den probieren, oder? Und ich glaub, die haben recht, die, wo mir gesagt haben, sie würde meinen Kuchen backen. Ich glaub, die haben sowas von recht. Ihre Augen flammten vor Empörung. Was möchten Sie, dass ich tue, Mademoiselle? Habe ich das nicht gesagt? Essen Sie das, und dann sagen Sie mir, ob ich recht oder unrecht habe. Das ist der Ihr Kuchen, nicht meiner. Ich hab den in der Manteltasche verschwinden lassen, wie sie grad nicht hingeguckt hat. Sie hat nicht mal mitgekriegt, dass ich überhaupt in ihrem Coffeehouse war. So sehr hab ich mich vorgesehen. Ich bin verkleidet hin, richtig kostümiert. Poirot hegte keinen Wunsch, ein Stück Kuchen zu essen, das sich in jemandes Tasche befunden hatte. Ich habe Ihren Kirchenfensterkuchen seit vielen Monaten nicht gekostet, erklärte er Vieh. Meine Erinnerung daran ist nicht so deutlich, dass ich ein Urteil fällen könnte. Überhaupt erinnert man sich an Geschmäcke nicht so genau. Das ist unmöglich. Meinen Sie, das wüsste ich nicht selber, sagte Vieh ungeduldig. Gleich danach geb ich Ihnen ja ein Stück von meinem, oder? Hol ich direkt. Sie stand auf. Sie beißen ein Stückchen von dem einen ab, dann von dem anderen, dann gleich noch mal von jedem Stück ein bisschen, und dann sagen Sie mir, ob die nicht beide von demselben Stück sein könnten. Wenn ich das tue, sagen Sie mir dann, wo Katzspul ist? Nö. Nein? Ich habe gesagt, ich würde Ihnen sagen, wo Edward ist, wenn Sie mir helfen. Und ich habe eingewilligt, den Kuchen zu... Das Probieren ist nicht die Hilfe, sagte Vieh bestimmt. Die kommt danach. Hercule Poirot beugte sich selten einem fremden Willen, aber Vieh springen zu trotzen war ein fruchtloses Unterfangen. Er wartete, bis sie mit einem weiteren Stück Kirchenfensterkuchen zurückkam, das dem ersten wie ein Ei dem anderen glich und kostete dann folgsam von beiden. Um sicher zu gehen, nahm er jedem Stück jeweils drei Proben. Vieh beobachtete ihn, wachsam wie ein Schießhund. Schließlich konnte sie sich nicht länger beherrschen und fragte... Und? Gleich oder nicht gleich? Ich kann keinen Unterschied schmecken, entgegnete Poirot. Nicht den geringsten. Aber ich fürchte, Mademoiselle, es gibt kein Gesetz, das es einem untersagte, exakt den gleichen Kuchen zu backen wie jemand anders, wenn er oder sie mit eigenen Augen beobachtet hat, wie... Oh, ich habe nicht vor, gerichtlich gegen Sie vorzugehen. Was ich nur wissen will, ist, ob sie selbst glaubt, dass sie den von mir gestohlen hat oder nicht. Ich verstehe, sagte Poirot. Sie sind nicht am juristischen, sondern am ethischen Aspekt des Tatbestands interessiert. Ich möchte, dass Sie in der Ihr Coffeehaus gehen, Ihren Kuchen bestellen und Sie danach fragen. Fragen Sie sie, wo sie das Rezept her hat. Was, wenn sie sagt, es ist das, was Vieh springen im Pleasance verwendet? Dann gehe ich persönlich bei ihr vorbei und verrate ihr, was sie nicht wusste, nämlich, dass das Familienrezept von den Springs von keinem anderen nachgebacken werden darf. Wenn es ein Versehen war, ohne böse Absicht, werde ich es entsprechend behandeln. Und was wollen Sie tun, wenn sie eher ausweichend antwortet? fragte Poirot. Oder wenn sie frech behauptet, sie habe das Rezept für ihren Kuchen aus anderer Quelle und sie glauben ihr nicht. Vieh lächelte und machte ihre Augen schmal. Oh, dann sorge ich dafür, dass sie es schon bald bereut, sagte sie, um rasch hinzuzufügen. Also nicht so, dass Sie bereuen müssten, dass Sie mir geholfen haben, dass das klar ist. Das freut mich zu hören, Mademoiselle. Wenn Sie Poirot gestatten, Ihnen einen weisen Ratschlag zu geben. Nach Rache zu streben, ist selten eine gute Idee. Rumsitzen und Däumchen drehen, wenn jemand sich mit einem rechtmäßigen Besitz vom Acker gemacht hat, aber auch nicht, sagte Vieh kategorisch. Was ich von Ihnen will, ist die Hilfe, um die ich gebeten habe, nicht Ratschläge, um die ich nicht gebeten habe. »Je comprends«, sagte Poirot. »Gut.« »Bitte, wo ist Katschpool?« Vieh grinste. »An der See mit seiner Ma, genau wie die bei Scotland Yard gesagt haben.« Poirots Gesicht nahm einen gestrengen Ausdruck an. »Ich sehe, ich bin überlistet worden«, sagte er. »Gar nicht. Sie hatten denen ja nicht geglaubt, wo dies ihnen gesagt haben.« »Jetzt sag ich ihnen, dass es wahr ist. Also wissen sie's.« »Da ist er. Great Yarmouth. Oben, im Osten.« »Wie ich schon sagte, das klingt nicht wahrscheinlich.« Er wollte auch eigentlich nicht, aber er musste, damit das alte Mädchen endlich Ruhe gibt. Sie hatte schon wieder die perfekte Frau für ihn gefunden. »Ah.« Katschpools Mutters Ehrgeiz, ihren Sohn mit einer netten jungen Dame verpaart zu sehen, war Poirot wohl bekannt. »Und dabei hatte diese Spezielle auch noch ne Menge zu bieten. Richtig was fürs Auge«, meinte Edward. »Und aus ordentlicher Familie.« »Dazu nett und gebildet. Er fand's schwerer als sonst, Nein zu sagen.« »Zu seiner Mutter? Oder machte ihm die Jolie-Famme selbst den Heiratsantrag?« Vieh lachte. »Nö, die hatte sich seinem Mahnkopf gesetzt. Das war alles.« Er hat das alte Mädchen richtig fertig gemacht, wie er gesagt hat. Er hätt kein Interesse. Da hat sie bestimmt gedacht, wenn er sich nicht mal zu dieser bereden lässt. Da hat sich Edward gedacht, dass er was tun müsste, um sie wieder aufzubauen. Und sie liebt Great Yarmouth. Und so sind sie jetzt dort. »Wir haben Februar«, sagte Poirot erbost. »Im Februar in einen englischen Badeort zu gehen, heißt, das Unheil herauszufordern. Ist es nicht so?« »Wie elend muss es Ketschpool gerade gehen«, dachte er bei sich. Er sollte umgehend nach London zurückkehren, sodass Poirot mit ihm die Sache mit Barnabas Pandy erörtern könnte. »Sie entschuldigen, Monsieur Poirot? Monsieur Hercule Poirot?« Eine zögernde Stimme unterbrach seine Gedanken. Er drehte sich um und sah sich einem elegant gekleideten Mann gegenüber, der ihn so anstrahlte, als wäre er von der lautesten Freude durchdrungen. »Hercule Poirot, c'est moi«, bestätigte er. Der Mann streckte ihm die Hand entgegen. »Welch ein Vergnügen, Sie kennenzulernen«, sagte er. »Sie haben einen formidablen Ruf. Es ist schwer zu entscheiden, wie man solch einen großen Mann ansprechen sollte. Ich bin Dockerill, Hugo Dockerill.« Vieh beäugte den Neuankömmling mit Argwohn. »Dann lass ich sie mal allein«, sagte sie. »Vergessen Sie nicht, dass Sie mir versprochen haben, mir zu helfen«, warnte sie Poirot, bevor sie den Tisch verließ. Er versicherte ihr, dass er es nicht vergessen werde, und bat dann den lächelnden Mann, Platz zu nehmen. Hugo Dockerill war, obwohl nach Poirots Schätzung noch keine 50, fast vollständig kahl. »Es tut mir außerordentlich leid, Sie so zu überfallen«, sagte Dockerill mobsfidel und keineswegs bedauernd. »Ihr Diener sagte, ich könnte Sie vielleicht hier finden. Er ermutigte mich, einen Termin für den späteren Nachmittag zu vereinbaren, aber es drängt mich schon sehr, das Missverständnis aufzuklären. Also sagte ich ihm, dass ich Sie lieber früher als später sprechen würde, und als ich ihm erklärt hatte, worum es genau ging, schien er der Ansicht zu sein, dass Sie vielleicht mich recht dringend sprechen wollen würden. »Und da bin ich«, er lachte wiehernd, als hätte er gerade eine humoristische Anekdote erzählt. »Missverständnis«, sagte Poirot. So langsam fragte er sich, ob möglicherweise ein vierter Brief, doch nein. Wie sollte das angehen? Würde irgendjemand, selbst der enthusiastischste und optimistischste Mensch unter solchen Umständen wie ein Honigkuchen strahlen? »Ja, ich erhielt vor zwei Tagen Ihren Brief, und nun ja, die Schuld liegt mit Sicherheit gänzlich bei mir, und es wäre mir furchtbar unangenehm, wenn Sie glauben würden, dass ich mir auch nur die geringste Kritik an Ihnen herausnehmen möchte. Nichts läge mir ferner«, quasselte Hugo Dockerill weiter. »Tatsächlich bin ich ein glühender Bewunderer Ihrer Arbeit, soweit sie mir bekannt ist, aber na ja, ich muss unwissentlich etwas getan haben, was Sie auf falsche Gedanken gebracht hat. Dafür bitte ich um Vergebung. Ich neige tatsächlich zuweilen zur Schusslichkeit, da brauchen Sie nur meine Frau Jane zu fragen. Sie erzählt es Ihnen gern. Ich wollte Sie eigentlich Stante Peder aufsuchen, sobald ich Ihren Brief bekommen hatte, aber ich habe ihn fast umgehend verlegt. »Monsieur«, sagte Poirot streng, »von welchem Brief sprechen Sie?« »Den über, nun ja, über den alten Barnabas Pandy doch«, sagte Hugo Dockerill und strahlte, jetzt, da der alles entscheidende Name heraus war, mit neu entfesselter Leuchtkraft. »Normalerweise würde ich nicht wagen, zu unterstellen, dass der unglaubliche Erkühlpoirot sich in was auch immer irren könnte, aber in diesem speziellen Fall, so leid es mir tut, ich war es nicht. Ich dachte, na ja, wenn Sie mir sagen könnten, was genau Sie zu der Annahme veranlasste, ich wäre es gewesen, dann könnten wir vielleicht diesen komischen Kuddelmuddel mit vereinten Kräften aus der Welt schaffen. Wie gesagt, das Missverständnis geht zweifellos ganz auf meine Kappe.« »Sie sagen, Sie wären es nicht gewesen, Monsieur. Was waren Sie nicht?« »Derjenige, der Barnabas Pandy ermordete«, sagte Hugo Dockerill. Nachdem er sich für das Mordes nicht schuldig erklärt hatte, nahm sich Hugo Dockerill eine unbenutzte Gabel vom zweiten Gedeck auf Poirots Tisch und spießte einen Batzen von Fee Springs Kirchenfensterkuchen auf. Vielleicht war es aber auch Philippas, der diebischen Stück. Poirot erinnerte sich nicht mehr, welcher welcher war. »Sie haben doch nichts dagegen«, sagte Dockerill. »Wäre doch schade, den verkommen zu lassen. Verraten Sie es bloß nicht meiner Frau. Ständig beklagt sie sich, ich hätte die Tischmanieren eines Penners. Aber wir Jungs haben nun mal einen handfesteren Appetit. Habe ich recht?« Sprachlos vor Verblüffung, dass jemand ein halbgegessenes Stück Kuchen verlockend finden konnte, gab Poirot einen taktvoll unspezifischen Laut von sich. Er gestattete sich eine, wenn auch kurze, Betrachtung von Ähnlichkeit und Differenz. Wenn viele Menschen exakt das Gleiche sagen oder tun, ist das Resultat das Gegenteil dessen, was man vielleicht erwarten würde. Zwei Frauen und zwei Männer hatten sich zu Wort gemeldet, um die identische Botschaft mitzuteilen. Sie hatten einen mit Hercule Poirot unterzeichneten Brief erhalten, der sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigte. Statt über die Ähnlichkeiten zwischen diesen vier Begegnungen nachzudenken, merkte Poirot, dass ihn die Unterschiede weit mehr faszinierten. Er erkannte jetzt mit der größten Klarheit, dass die zuverlässigste Methode, die charakterlichen Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Personen zu ermitteln, darin bestand, sie in identische Situationen zu versetzen. Sylvia Reagan war ichbezogen und voll von selbstgerechtem Zorn. Wie John McRodden wurde sie von einer leidenschaftlichen negativen Fixation auf eine bestimmte Person umgetrieben. Beide waren davon überzeugt, dass Poirot die Briefe auf Geheiß eben jener Person geschrieben haben musste, sei dies nun Stanley Strang, McRodden oder der geheimnisvolle Eustace. John McRoddens Zorn, dachte Poirot, war demjenigen Sylvia Reagans ebenbürtig, aber doch anders geartet, weniger explosiv, dauerhafter. McRodden würde nicht vergessen. Während es bei ihr, sollte sich ein neues, dringlicheres Drama ereignen, durchaus passieren konnte. Von den Vieren war Annabelle Treadway am schwersten zu ergründen. Sie war überhaupt nicht aufgebracht gewesen, aber sie verbarg etwas. Und irgendetwas bedrückte sie. Hugo Dockeryl war der erste und einzige Briefempfänger, der sich in dieser misslichen Lage die gute Laune bewahrt hatte und mit Sicherheit der erste, der die Überzeugung zu erkennen gegeben hatte, dass jedes Problem dieser Welt sich lösen ließ, wenn sich nur anständige Leute an einen Tisch zusammensetzten und vernünftig miteinander redeten. Falls der Anstoß daran nahm, des Mordes beschuldigt zu werden, wusste er es gut zu verbergen. Er schaffte es nach wie vor, strahlend und mit sämtlichen Zähnen zu lächeln und dabei, zwischen dem einen und dem anderen Mund voll Kirchenfensterkuchen, nuschelnd zu versichern, wie leid es ihm tue, wenn er auf irgendeine Weise den Eindruck erweckt haben sollte, er könnte ein Killer sein. »Genug der Entschuldigungen«, entgegnete Poirot. »Sie sprachen gerade vom alten Barnabas Pondy. Warum haben Sie ihn so bezeichnet?« »Naja, als er starb, war er doch auf dem besten Weg hundert zu werden, oder nicht?« »Sie kannten also Monsieur Pondy?« »Persönlich nicht, aber ich wusste natürlich von ihm, durch Timothée.« »Wer ist Timothée?« fragte Poirot. »Ich sollte anmerken, Monsieur, dass der Brief, den Sie erhalten haben, nicht von mir kam. Ich wusste nichts von einem Barnabas Pondy, bis ich von drei Personen aufgesucht wurde, die alle den gleichen Brief erhalten hatten. Und jetzt eine vierten, Ihnen. Mit Hercule Poirot waren diese Briefe von einem Betrüger unterzeichnet worden. einem Schwindler. Sie stammten nicht von mir. Ich habe niemanden des Mordes an Monsieur Pondy beschuldigt, der, soweit ich unterrichtet bin, eines natürlichen Todes starb.« »Herrje!« Hugo Dockerills breites Lächeln erschlaffte leicht, während sich seine Augen mit Verwirrung füllten. »Was für ein Kuddelmuddel?« »Ein dumme Jungenstreich?« »Wer ist Timothée?« fragte Poirot noch einmal. »Timothée Levington. Er ist der Urenkel des alten Pondy. Ich bin sein Hausvorsteher im Internat, Terville. Pondy war selbst dort Schüler, ebenso Timothées Vater, beides alte Tervillianer, wie auch ich, mit dem einzigen Unterschied, dass ich da nie abgegangen bin.« Dockerill gluckste. »Ich verstehe. Sie sind also mit Timothée Levingtons Familie bekannt?« »Ja, aber wie ich schon sagte, den alten Pondy habe ich nie kennengelernt.« »Wann sterb Barnabas Pondy?« »Das genaue Datum kann ich Ihnen nicht sagen. Es war gegen Ende letzten Jahres, glaube ich, im November oder Dezember.« Das stimmte mit Annabelle Treadways Angaben überein. »In ihrer Eigenschaft als Hausvorsteher wurden sie, wie ich vermute, informiert, dass der Urgroßvater eines ihrer Zöglinge verstorben war?« »So ist es.« »Hat uns schon alle ein wenig aufs Gemüt gedrückt, aber immerhin erreichte der alte Knabe ein wahrhaft gesegnetes Alter. So einen Dusel sollten wir alle haben.« Schon war das freudige Lächeln wieder am Platze. »Und wenn man schon abtreten muss, gibt's bestimmt unangenehmere Methoden als ertrinken.« »Ertrinken?« »Ja. Der arme alte Pondy schlief in der Badewanne ein und glitt unter Wasser. Ertrunken. Scheußlicher Unfall. Es wurde nie auch nur angedeutet, dass es etwas anderes gewesen sein könnte.« Annabelle Treadway hatte erwähnt, ihr Großvater sei eingeschlafen. Poirot hatte das so verstanden, dass er bei Nacht eines natürlichen Todes gestorben war. Von einer Badewanne oder vom Ertrinken hatte sie nichts gesagt. Hatte sie diesen Teil der Geschichte bewusst unterschlagen? »Das ist also, was sie glaubten, bis sie einen mit Hercule Poirot unterschriebenen Brief erhielten? Dass Monsieur Pondy in der Badewanne ertrunken war und es ein Unfall war?« »Das ist, was alle glauben,« sagte Hugo Dockerell. »Es gab eine gerichtliche Untersuchung, die auf Tod durch Unfall befand. Ich erinnere mich, wie Jane, meine Frau, Jung Timothy ihr Mitgefühl aussprach. Da ist dem Untersuchungsrichter wohl ein Schnitzer unterlaufen, wie?« »Haben Sie den Brief bei sich?« fragte ihn Poirot. »Nein, tut mir leid. Wie ich schon sagte, ich habe ihn verlegt. Tatsächlich ist er mir sogar zweimal abhandengekommen. Das erste Mal habe ich ihn wiedergefunden. Daher habe ich überhaupt ihre Adresse, aber dann hat er sich noch einmal selbstständig gemacht. Ich habe vor meiner Abfahrt nach London zwar noch nach dem Vermalledeiten-Ding gesucht, aber es hat sich nicht blicken lassen. Ich hoffe wirklich, es ist nicht einem unserer Jungs in die schmutzigen Griffe geraten. Es wäre mir ziemlich unangenehm, wenn jemand dächte, dass ich des Mordes beschuldigt werde, besonders wenn Sie, wie sich rausstellt, mir nichts in der Art vorgeworfen haben.« »Haben Sie und Ihre Frau Kinder?« »Noch nicht. Wir wünschen uns welche. Ach so, ich spreche als Hausvorsteher, wenn ich unsere Jungs sage. Fünfundsiebzig Stück haben wir von den kleinen Rackern. Meine Frau ist eine Heilige, dass sie die erträgt, sage ich immer. Und sie sagt immer, dass sie überhaupt keine Last mit ihnen hat, und dass, wenn sie eine Heilige ist, dann, weil sie mich erträgt.« Es folgte, wie erwartet, ein Wiam. »Vielleicht könnten Sie Ihre Frau bitten, Ihnen beim Suchen zu helfen. Bislang hat mir niemand seinen Brief zeigen können. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn ich mir wenigstens einen davon ansehen könnte.« »Natürlich, daran hätte ich selbst denken können. Jane wird ihn finden, da habe ich gar keinen Zweifel. Sie ist unglaublich. Sie hat ein besonderes Talent dafür, Sachen zu finden, auch wenn sie das bestreitet. Sie sagt zu mir, du würdest die Sachen allesamt selbst finden, Hugo, wenn du nur die Augen aufmachen und das Gehirn einschalten würdest. Sie ist einfach herrlich.« »Kennen Sie eine Frau namens Annabelle Treadway, Monsieur.« Hugos Lächeln ging in die Breite. »Annabelle, natürlich, sie ist Timothys Tante. Und vom alten Pandy, was da noch mal? Lassen Sie mich nachdenken. Timothys Mutter Lenore ist Pendys Enkelin. Also, ja, Annabelle war seine ... Sie ist Lenors Schwester, also ... Ist sie ebenfalls Pendys Enkelin?« Poirot kam der Verdacht, dass Hugo Dockerell einer der dümmsten Menschen sein musste, denen er jemals begegnet war. »Nach Turville kommt Lenore gewöhnlich in Begleitung Annabelles und ihrer Tochter Ivy, Timothys Schwester. Dadurch habe ich Annabelle im Laufe der Jahre ziemlich gut kennengelernt. Zu meinem Bedauern, Monsieur Poirot, gäbe es hierzu noch einiges zu berichten, die man zu sagen pflegt. Vor ein paar Jahren machte ich Annabelle einen Antrag. Heiraten, Sie verstehen? Völlig verknallt war ich.« »Ach so, zu der Zeit war ich noch nicht mit meiner Frau verheiratet,« erklärte Dockerell. »Es freut mich zu hören, Monsieur, dass Sie keinen bigamistischen Antrag machten.« »Was? Nein, ich war damals Junggeselle. Tatsächlich war es eigenartig. Bis heute kann ich mir keinen Reim darauf machen. Als ich sie fragte, schien Annabelle überglücklich, und dann, fast im nächsten Moment, brach sie in Tränen aus und lehnte meinen Antrag ab. »Wenn Frauen etwas sind, dann wechselhaft, wie jeder Mann weiß. Abgesehen von Jane, sie ist ungeheuer zuverlässig, aber trotzdem.« »Nein« zu sagen, schien Annabelle wahnsinnig zu betrüben. So sehr, dass ich ihr zu bedenken gab, dass ihr »Nein« durch ein »Ja« zu ersetzen, sie vielleicht viel vergnügter machen würde.« »Was war Ihre Reaction?« »Ein entschiedenes? Nein, leider.« »Ach nun ja, die Dinge haben so eine Art, sich zuletzt doch noch immer zum Guten zu kehren. Ist das nicht so? Jane ist so prächtig mit unseren Jungs. Als sie meinen Antrag ablehnte, versicherte mir Annabelle, dass sie als Hausmutter vollkommen unbrauchbar wäre. Ich weiß nicht, warum sie das meinte, so vernart, wie sie in Timothy und Ivy ist. Das ist sie nämlich wirklich. Wie eine zweite Mutter ist sie für sie. Ich habe mich schon mehr als einmal gefragt, ob sie nicht insgeheim Angst hatte, eigene Kinder zu bekommen, weil das ihre mütterliche Bindung zu ihrer Nichte und ihrem Neffen vielleicht geschwächt hätte. Oder vielleicht hat sie auch nur die schiere Masse von Jungs in meinem Haushalt abgeschreckt. Sie sind manchmal schon die reinste Tierherde und Annabelle ist eher ein stilles Geschöpf. Aber andererseits vergöttert sie Timothy, wie schon gesagt, und der gehört ja nun nicht gerade zu den einfachsten Jungen. Er hat uns im Laufe der Jahre ziemlich viel Ärger gemacht.« »Was für eine Art Ärger?«, fragte Poirot. »Oh, nichts Ernstes. Aus dem wird bestimmt ein ganz brauchbarer Bursche. Aber wie viele Törvel-Jungs kann er ziemlich selbstgefällig sein, auch da, wo etwas Demut angesagt wäre. Führt sich manchmal so auf, als ob die Internatsregeln für ihn keine Gültigkeit hätten, als ob er über ihnen stünde.« »Jane macht dafür...« Hugo Dockery brach ab. »Hoppla«, lachte er, »nur keine Indiskretionen.« »Nichts, was Sie mir sagen, wird meine Lippen je wieder verlassen«, versicherte ihm Poirot. »Ich wollte nur sagen, dass Timothy, wenn man seine Mutter hört, nie an etwas schuld ist. Als ich mich einmal absolut gezwungen sah, ihn wegen Aufsässigkeit zu bestrafen...« »Jane, bestand darauf, wurde ich meinerseits von Lenore Levington bestraft. Sie sprach fast sechs Monate lang nicht mehr mit mir. Nicht ein Wort.« »Kennen Sie einen Jean McRodden?«, fragte Poirot. »Nein.« »Tut mir leid. Sollte ich?« »Und wie steht es mit Sylvia Regan?« »Ja, Sylvia kenne ich.« Hugo strahlte, glücklich die Frage positiv beantworten zu können. Poirot war überrascht. Wieder hatte er sich geirrt. Es gab nichts, was ihn so sehr befremdete. Er hatte angenommen, es gäbe zwei Zweiergespanne, wie die zwei gelben und die zwei rosafarbenen Quadrate bei einem Stück Kirchenfensterkuchen, sinnierte er. Sylvia Regan und John McRodden, die Barnabas Pandy nicht kannten und noch nie etwas von ihm gehört hatten, und das andere Paar, das Pandy persönlich oder zumindest indirekt gekannt hatte, Annabelle Treadway und Hugo Dockerell. Irrigerweise hatte Poirot angenommen, diese Paare würden säuberlich voneinander getrennt bleiben, so klar umrissen wie die gelben und die rosa Kuchenquadrate. Jetzt jedoch geriet die Sache durcheinander. Hugo Dockerell kannte Sylvia Regan. »Woher kennen Sie sie?« »Ihr Sohn Freddy ist Zögling in Terville. Er ist im selben Jahrgang wie Timothy Levington.« »Wie alt sind diese zwei Jungen?« »Zwölf, glaube ich. Beide in der zweiten Klasse jedenfalls und beide in meinem Haus. Sehr verschiedene Jungen. Grundgütiger, sie könnten verschiedener nicht sein. Timothy ist ein beliebter, geselliger, junger Bursche, ständig umgeben von einem Pulk von Bewunderern. Der arme Freddy ist ein Eigenbrötler, er scheint überhaupt keine Freunde zu haben, verbringt tatsächlich eine Menge Zeit, damit Jane zu helfen. Sie ist unglaublich. Kein Junge wird sich hier einsam fühlen, solange ich was daran ändern kann,« sagt sie oft. »Und so meint sie das auch?« »Hatte Sylvia Regan gelogen, als sie bestritt, Pandy zu kennen?« fragte sich Poirot. »Musste denn jemand unbedingt den Namen des Urgroßvaters eines Schulkameraden seines Sohnes kennen und dazu noch, wenn die Nachnamen verschieden waren?« »Timothys Zunahme war Levington, nicht Pandy.« »Dann hat Madame Regan also einen Sohn, der im selben Haus, desselben Internats wohnt wie der Urenkel Barnabas Pondis,« murmelte Poirot, »mehr zu sich selbst als zu Hugo Dockerell.« »Ei je, wirklich?« »Zu diesem Ergebnis sind wir gerade gelernt, Monsieur.« »Vielleicht hatte Hugo Dockerell ja nur mit Verwandtschaftsverhältnissen Probleme. Und damit Dinge wiederzufinden. Dinge wie wichtige Briefe zum Beispiel.« Dockerells Lächeln verblasste, während er darum rang, Poirots Aussage gedanklich zu durchdringen. »Einen Sohn, der der Urenkel von...« »Natürlich, ja, hat sie, hat sie wirklich.« Dies bedeutete, dachte Poirot, dass die Sache nicht ganz so einfach lag wie zwei rosa und zwei gelbe Quadrate. Es ging hier nicht um Paare. Drei Empfänger des Briefes konnten zweifelsfrei mit Barnabas Pandy in Verbindung gebracht werden, einer nicht. Zumindest noch nicht. Zwei Fragen beschäftigten Poirot. War Barnabas Pandy ermordet worden? Und war John McCrodden der ausgeschlossene Vierte? Oder stand auch er in irgendeiner Beziehung zum verstorbenen Pandy? Einer Beziehung, die lediglich noch ungeklärt war?« Fünftes Kapitel Ein Buchstabe mit Loch Ich verfasse diesen Bericht über »Das Rätsel der Dreiviertel«, wie Poirot diesen Fall später zu nennen, beschloss, auf einer Schreibmaschine mit einem schadhaften E. Ich weiß nicht, ob jemand ihn jemals veröffentlichen wird, aber wenn Sie gerade eine gedruckte Fassung lesen, werden sämtliche Es tadellos sein. Es ist aber dennoch von Bedeutung, dass im Originaltyposkript in der Mitte des waagerechten Balkens jedes darin vorkommenden Es eine kleine weiße Lücke klafft, oder sollte ich mit Rücksicht auf künftige Leser »klaffte« sagen, ein außerordentlich kleines Loch in der schwarzen Tinte. Warum ist das wichtig? Diese Frage sofort zu beantworten, würde bedeuten, meiner eigenen Erzählung vorzugreifen. Ich werde es Ihnen erklären. Mein Name ist Edward Catchpool und ich bin Inspektor bei Scotland Yard. Ich bin auch derjenige, der diese Geschichte erzählt. Und zwar nicht erst ab jetzt, sondern von Anfang an. Wobei mir, als es darum ging, jene Teile der Handlung zu ergänzen, an denen ich nicht persönlich beteiligt war, mehrere Personen geholfen haben. Besonders dankbar bin ich dabei für die scharfen Augen und die Rätseligkeit Ercule Poirot's, dem, wenn es um Details geht, nie etwas entgeht. Dank ihm habe ich nicht das Gefühl, von den Ereignissen, die ich bislang geschildert habe und die sich durchweg vor meiner Rückkehr aus Great Yarmouth zutrugen, in nennenswerter Weise ausgeschlossen gewesen zu sein. Je weniger Worte ich über meinen sterbenslangweiligen Aufenthalt an der See verliere, desto besser. Das einzig Berichtenswerte ist, dass ich mich aufgrund zweier Telegramme gezwungen sah, früher als geplant nach London zurückzukehren. Meine Erleichterung können Sie sich wohl vorstellen. Ein Kabel kam von Ercule Poirot, der mir mitteilte, er brauche dringend meine Hilfe, ob ich umgehend zurückkommen könne. Das andere stammte von meinem Chef bei Scotland Yard, Superintendent Nathaniel Buse, und verlangte daher eine unverzügliche Reaktion. Dieses zweite Telegramm kam also zwar nicht von Poirot, handelte aber von ihm. Offenbar stiftete er Unfrieden, und Buse wollte, dass ich dem ein Ende bereitete. Ich fand es rührend, welch völlig ungerechtfertigt das Vertrauen der Super in meine Fähigkeit setzte, das Verhalten meines belgischen Freundes zu beeinflussen. Und so saß ich, kaum wieder zur Stelle, brav in Buse's Büro, schwieg und nickte nur mitfühlend, während er seinem Ärger Luft machte. Der Kern des Problems schien klar genug zu sein. Poirot war davon überzeugt, der Sohn, Stanley Strang McCroddens, sei des Mordes schuldig. Er hatte sich entsprechend geäußert und behauptet, dies durch Beweise belegen zu können. Das gefiel dem Super ganz und gar nicht, da Stanley Strang sein Freund war, und er wollte, dass sich Poirot zum Umdenken bewegte. Anstatt auf die lautstarken und vielfältigen Missfallensäußerungen des Supers groß zu achten, legte ich mir bereits im Geist eine Antwort zurecht. Sollte ich sagen, es hat keinen Sinn, dass ich mit Poirot darüber rede. Wenn er davon überzeugt ist, Recht zu haben, wird er sowieso nicht auf mich hören. Nein, dadurch würde ich nur aufsässig und defätistisch erscheinen. Und da Poirot mich dringend, vermutlich in eben derselben Angelegenheit, zu sprechen wünschte, beschloss ich, dem Super zu versprechen, dass ich mein Möglichstes tun würde, um ihn zur Vernunft zu bringen. Dann würde ich von Poirot erfahren, warum er glaubte, Stanley Strangs Sohn sei ein Mörder, obwohl er da mit allem Anschein nach völlig allein dastand, und seine Überlegungen dem Super referieren. Das alles erschien mir nicht weiter problematisch. Ich sah keine Notwendigkeit, auf der Arbeit die Pferde scheu zu machen, indem ich darauf hinwies, dass, er ist der Sohn meines Freundes weder einen Unschuldsbeweis noch eine tragfähige Verteidigungsstrategie darstellte. Nathaniel Buse ist ein sanfter, ausgeglichener und unvereingenommener Mensch, außer wenn irgendetwas ihn gerade besonders durcheinandergebracht hat. In solchen seltenen Momenten ist er unfähig zu erkennen, dass er unter einer schweren seelischen Belastung steht und dass sein emotionaler Zustand seinen Blick verstellt haben könnte. Da sein Urteil zumeist nüchtern und verlässlich ist, geht er davon aus, das sei immer der Fall, und tendiert daher dazu, in Stresssituationen die absurdesten Dinge zu behaupten. Dinge, die er sonst bei klarem Verstand als erster für schwachsinnig befinden würde. Ist er nach einer solchen Episode erst wieder im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, erwähnt er die Zeitspanne, während der er eine ganze Reihe von lächerlichen Behauptungen und Anweisungen von sich gegeben hat, mit keinem Wort jemals wieder. Und soweit mir bekannt, spielt auch sonst niemand je wieder darauf an. Ich jedenfalls hüte mich, das zu tun. Auch wenn es absurd klingt, glaube ich nicht, dass der normale Super sich der Existenz seines unzurechnungsfähigen alter Egos bewusst ist, der gelegentlich seine Rolle übernimmt. Ich nickte verständnisinnig, während der Ersatzmann in seinem kleinen Büro auf- und abmarschierend schimpfte und zeterte und dabei seine Brille hochschob, die ihm mit befremdlicher Ausdauer immer wieder die Nase hinunterrutschte. Stannys Sohn ein Mörder? Hanebüchen. Er ist der Sohn Stanley McCroddens. Wenn Sie der Sohn eines solchen Mannes wären, Catchpool, würden Sie sich etwa die Zeit mit Mord vertreiben? Selbstredend würden Sie das nicht. Das täte nur ein Narr. Abgesehen davon war der Tod Barnabas Pandy's ein Unfall. Ich habe mir den amtlichen Totenschein angesehen und da steht es klipp und klar und schwarz auf Weiß. Unfall! Der Mann ist in seiner Badewanne ertrunken. 94 war er. Ich meine, ich bitte Sie, 94. Wie viel länger hätte er nach menschlichem Ermessen noch zu leben gehabt? Würden Sie Ihren Hals riskieren, um einen 94-Jährigen zu ermorden, Catchpool? Das spottet doch jeder Vernunft. Keiner täte das. Warum sollte er auch? Also, es wäre kein Grund denkbar, schloss Bewes. So, ich weiß zwar nicht, was Ihr belgischer Kumpel sich dabei eigentlich gedacht hat, aber Sie täten gut daran, ihm unmissverständlich klarzumachen, dass er umgehend Stanley McCrodden schreiben und sich auf das Wort Reichste entschuldigen muss. Bewes hatte offenkundig vergessen, dass auch er mit Poirot befreundet war. Es waren natürlich viele Gründe denkbar, warum jemand einen Greis in den Neunzigern ermorden wollen könnte, wenn der Greis gedroht hatte, gleich am nächsten Tag ein schimpfliches Geheimnis des künftigen Mörders in alle Welt auszuposaunen beispielsweise. Und Buse, der wirkliche Buse, nicht sein gestörter Doppelgänger, wusste ebenso gut wie ich, dass manche Morde anfangs für Unfälle gehalten wurden. Als der Sohn eines Mannes Aufzuwachsen, der dafür berühmt war, dass er tatkräftig daran mitwirkte, Übeltäter an den Geigen zu bringen, konnte jemand des Psyche durchaus so weit aus dem Gleichgewicht bringen, dass er zum Mörder wurde. Ich wusste, dass es in dem Moment keinen Sinn gehabt hätte, das alles dem Super auseinanderzusetzen, auch wenn er in einer anderen geistigen Verfassung diese Argumente selbst vorgebracht hätte. Ich beschloss nur, einen bescheidenen Einwand zu riskieren. Sagten Sie nicht, Poirot habe diesen Anklagebrief Stanley Strangs Sohn, nicht Stanley Strang selbst zugeschickt? Na und? giftete mich Buse an. Ändert das irgendetwas an der Sache? Wie alt ist denn John McCrodden? Wie alt? Wovon zum Teufel reden Sie da? Spielt sein Alter irgendeine Rolle? Ist er ein Mann oder ein Junge? fuhr ich geduldig fort. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Catchpool? John McCrodden ist ein erwachsener Mann. Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn ich Poirot auffordern würde, sich statt bei seinem Vater bei John McCrodden zu entschuldigen? Falls er sich tatsächlich irrt und John McCrodden unschuldig ist. Ich meine, wenn John nicht Minorenn ist, in einer Mine hat er durchaus schon gearbeitet, sagte Buse. Irgendwo oben im Nordosten. Ah, sagte ich, aus Erfahrung wissend, dass die Fähigkeit meines Chefs, Fremdwörter auseinanderzuhalten, umso rascher zurückkehren würde, je weniger ich jetzt sagte. Doch das, Catchpool, tut gar nichts zur Sache. Der arme Stanley ist derjenige, um den wir uns Sorgen machen müssen. John macht ihn für den ganzen Schlamassel verantwortlich. Poirot muss Stanley augenblicklich schreiben und so viel Asche auf sein Haupt streuen, wie er überhaupt auftreiben kann. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, eine empörende Verunglimpfung. Bitte sorgen Sie dafür, dass das geschieht, Catchpool. Ich werde mein Bestes tun, Sir. Gut. Können Sie mir Näheres zu dem Fall sagen, Sir? Stanley Strang hat nicht zufällig erwähnt, warum Poirot auf die Idee verfallen ist, dass... Woher zum Teufel sollte ich das wissen, Catchpool? Der Mann muss schlagartig senil geworden sein. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir denken kann. Sie können den Brief selbst lesen, wenn Sie wollen. Haben Sie ihn denn? John hat ihnen Fetzen gerissen und selbige mit ein paar schmähenden Zeilen an Stanley geschickt. Stanley hat die Fetzen wieder zusammengesetzt und den wiederhergestellten Brief dann an mich weitergeleitet. Ich weiß nicht, warum John glaubt, Stanley stecke hinter der Sache. Stanley kämpft mit offenem Visier, hat er schon immer. Sein Sohn sollte das eigentlich am besten wissen. Wenn Stanley John etwas zu sagen hätte, dann würde er es ihm offen ins Gesicht sagen. Wenn ich darf, würde ich den Brief gern sehen, Sir. Buse ging an seinen Schreibtisch, zog eine Schublade auf und fischte den Stein des Anstoßes mit einer angewiderten Grimasse heraus. Erreichte ihn mir. Das ist der pure Nonsens, sagte er für den Fall, dass ich mir seiner diesbezüglichen Ansicht nicht sicher wäre. Gehässiger Unflat! Aber Poirot ist nie gehässig, hätte ich um ein Haar gesagt. Ich hielt mich noch gerade rechtzeitig zurück. Ich las den Brief. Er war kurz. Ein einziger Absatz. Trotzdem, für das, was er mitteilen sollte, hätte die Hälfte vollauf genügt. Auf eine verworrene und ungeschickte Weise beschuldigte er John McCrodden des Mordes an Barnabas Pandy und behauptete, es gebe dafür Beweise. Wenn McCrodden sich nicht umgehend dieses Mordes für schuldig bekannte, würde das Beweismaterial der Polizei übergeben werden. Mein Blick blieb an der Unterschrift am Ende des Briefs hängen. In einem schrägen Duktus ausgeführt stand da der Name Hercule Poirot. Es wäre hilfreich gewesen, wenn ich mich an die Unterschrift meines Freundes erinnert hätte. Doch es gelang mir nicht, obwohl ich sie schon ein-, zweimal gesehen hatte. Vielleicht hatte der Verfasser des Briefs Poirots Handschrift sorgfältig kopiert. Was er allerdings nicht entfernt geschafft hatte, war, so zu klingen wie der Mann, der er zu sein vorgab, oder zumindest einen Brief zu schreiben, wie er ihn geschrieben haben könnte. Und wenn Poirot der Überzeugung gewesen wäre, dass John McCrodden diesen Barnabas Pandy ermordet und es dabei so eingerichtet hatte, dass sein Tod wie ein Unfall aussah, dann hätte er McCrodden in Begleitung der Polizei einen Besuch abgestattet. Er hätte keinen solchen Brief abgeschickt und damit McCrodden die Chance gegeben zu fliehen oder sich das Leben zu nehmen, bevor Hercule Poirot ihm ins Auge blicken und die Perkettung von Fehlern erläutern konnte, die zu seiner Entlarvung geführt hatten. Und der widerwärtige, anzügliche Ton. Nein, es war unmöglich. Ich hatte nicht den leisesten Zweifel. Ich hatte keine Zeit, mir zu überlegen, welche Wirkung meine Mitteilung auf den Super haben würde, aber ich wusste, dass ich es ihm sofort sagen musste. Sir, die Situation scheint etwas anders gelagert zu sein, als ich oder als Sie. Das heißt, ich weiß nicht, ob eine Entschuldigung von Seiten Poirots … Ich geriet ins Stammeln. Was versuchen Sie zu sagen, Catchpool? Der Brief ist eine Fälschung, Sir, sagte ich. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat, aber so viel kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Hercule Poirot war es jedenfalls nicht. Sechstes Kapitel Stanley Strang Die Befehle des Supers waren klar. Ich sollte unverzüglich Poirot ausfindig machen und ihn auffordern, mich zur Kanzlei von Stanley Strangs Anwaltsfirma Donaldson & McCrodden zu begleiten. Dort angelangt, sollten wir erklären, dass der John McCrodden zugesandte Brief nicht von Poirot geschrieben worden war und uns in aller Ausführlichkeit für die Ungelegenheiten entschuldigen, die keiner von uns beiden verursacht hatte. Nachdem ich schon zu viele Tage in Great Yarmouth vergeudet hatte, war einiges liegen geblieben, das ich dringend aufarbeiten musste, und so war es mir lästig, diese Aufgabe aufgehalts zu bekommen. Hätte es nicht genügt, wenn Buse Stanley Strang angerufen hätte? Schließlich waren sie doch dicke Freunde. Aber nein, der Super hatte darauf beharrt, McCrodden Senior sah ein mehr den durchschnittlich vorsichtiger Mann, der von Poirot die Versicherung brauchen würde, dass er den Brief des Anstoßes nicht geschrieben hatte. Mich wollte Buse bei der Prozedur dabei haben, damit ich ihm anschließend berichten könnte, dass die Angelegenheit auf zufriedenstellende Weise erledigt worden war. Das Ganze müsste in ein, zwei Stunden über die Bühne zu bringen sein, dachte ich bei mir, als ich mich auf den Weg zu den Whitehaven-Mansions machte. Leider war Poirot nicht zu Hause. Sein Kammerdiener erklärte mir, er befinde sich höchstwahrscheinlich en route zu Scotland Yard. Er hatte es offensichtlich genauso eilig, mich zu sprechen, wie ich ihn. Ich kehrte zu Scotland Yard zurück und erfuhr, dass Poirot da gewesen war, nach mir gefragt und sogar ein Weilchen gewartet hatte, jetzt allerdings wieder fort war. Von Superintendent Buse war ebenfalls nichts zu sehen und so konnte ich ihn auch nicht fragen, wie ich weiter vorgehen sollte. Ich probierte es in Pleasant's Coffee House, aber auch dort war Poirot nicht. Am Ende beschloss ich entnervt, Stanley McCroddens Kanzlei allein aufzusuchen. Ich sagte mir, dass es ihm wahrscheinlich lieber sein würde, so schnell wie möglich zu erfahren, dass sein Sohn nicht von Ercule Poirot des Mordes bezichtigt worden war. Das Wort eines Scotland Yard-Inspektors sollte sogar für Stanley Strang gut genug sein. Die Kanzlei Donaldson in McCrodden befand sich in den zwei obersten Etagen eines hohen Gebäudes mit stuckverzierter Fassade auf der Henrietta Street, gleich neben dem Covent Garden Hotel. Begrüßt wurde ich von einer lächelnden jungen Frau mit einem rosigen Gesicht und dunkelbraunem, kurz und streng geometrisch geschnittenem Haar. Sie trug eine weiße Bluse und einen gewürfelten Rock, der an eine Picknickdecke erinnerte. Nachdem sie sich als Miss Mason vorgestellt hatte, stellte sie mir eine Reihe von Fragen, die mich daran hinderten, mein Anliegen so schlicht und einfach vorzubringen, wie wenn sie mich einfach gefragt hätte, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Stattdessen vergeudete sie eine schier unvorstellbare Menge Zeit mit, und wenn ich bitte Ihrenwerten Namen erfahren könnte, Sir? Und wenn ich Sie fragen dürfte, wen Sie zu sprechen wünschen, Sir? Und wenn ich wissen dürfte, ob Sie einen Termin haben, Sir? Und wäre es Ihnen möglich, den Zweck Ihres Besuches anzugeben? Ihre Befragungsmethode gewährleistete, dass ich immer nur zwei Worte auf einmal anbringen konnte, und während der ganzen Prozedur starrte sie mit unverholener Lüsternheit auf das Kuvert in meiner Hand, das den von irgendjemandem an John McCrodden Gesandten, ihn des Mordes beschuldigenden Brief enthielt. Als Miss Mason mich endlich einen schmalen, zu beiden Seiten mit Leder gebundenen juristischen Wälzern ausgekleideten Korridor entlang führte, war ich eher versucht, in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen, als ihr, wohin auch immer, zu folgen. Mir fiel auf, was jedem ins Auge gesprungen wäre, dass sie nicht so sehr ging, als vielmehr auf zwei der winzigsten Füße, die ich jemals gesehen habe, voranhüpfte. Wir erreichten eine schwarz lackierte Tür, auf der in weiß der Name Stanley McCrodden stand. Miss Mason klopfte an und eine Stimme sagte, herein. Wir traten ein und wurden von einem Mann mit lockigem, grauem Haar, einer riesigen Stirn, die einen unverhältnismäßig großen Anteil an seiner Gesamtgesichtsfläche auszumachen schien, und kleinen, stechenden, schwarzen Augen begrüßt, die den landläufigen Mindestabstand zwischen Augen und Kinn deutlich unterschritten. Da McCrodden sich bereit erklärt hatte, mich zu empfangen, rechnete ich eigentlich damit, unser Gespräch unverzüglich beginnen zu können, aber ich hatte Miss Masons Fähigkeit zur Hemmung jeglichen Fortschritts nicht berücksichtigt. Es entspann sich ein frustrierender Versuch, McCrodden dazu zu überreden, ihr zu erlauben, meinen Namen in seinen Terminkalender einzutragen. Und was hätte das für einen Nutzen? fragte McCrodden mit offensichtlicher Ungeduld. Er hatte eine dünne, näselnde Stimme, die an ein Holzblasinstrument erinnerte. Inspektor Katchpool ist bereits hier. Aber Sir, die Regel besagt, dass niemand ohne einen Termin zu Ihnen vorgelassen wird. Inspektor Katchpool ist bereits vorgelassen worden, Miss Mason. Da steht er. Sie haben ihn zu mir vorgelassen. Sir, wenn Sie eine Besprechung mit Inspektor Katchpool haben, sollte ich da nicht einen Termin für nun jetzt vereinbaren und entsprechend ein? Nein, fiel ihr Stanley McCrodden ins Wort. Danke, Miss Mason. Das wäre alles. Bitte nehmen Sie Platz, Inspektor. Er unterbrach sich, blinzelte wiederholt und sagte schließlich, was ist, Miss Mason? Ich wollte nur fragen, Sir, ob Inspektor Katchpool vielleicht Tee zu sich nehmen möchte oder Kaffee oder vielleicht ein etwas für mich nichts, sagte McCrodden. Inspektor? Ich brachte auf Anhieb keine Antwort zustande. Eine Tasse Tee war genau das, was ich jetzt brauchte, aber sie hätte zwingend Miss Masons Rückkehr zur Folge gehabt. Denken Sie doch einfach in aller Ruhe nach, Inspektor Katchpool. Ich sehe in ein paar Minuten hier wieder herein und ... Ich bin mir sicher, der Inspektor kann sich ohne Bedenkzeit entscheiden, sagte McCrodden unwirsch. Für mich nichts, danke, sagte ich mit einem Lächeln. Endlich ließ Miss Mason Gnade walten und zog sich zurück. Ich war fest entschlossen, keine weitere Zeit zu vergeuden, also zog ich den Brief aus dem Kuvert, legte ihn auf McCroddens Schreibtisch und teilte dem Anwalt mit, es könne keine Rede davon sein, dass er von Hercule Poirot stammte. McCrodden fragte, wie ich mir so sicher sein könne, und ich erklärte, Ton und Inhalt des Schreibens ließen keinen Raum für Zweifel. Wenn also Poirot den Brief nicht geschrieben hat, wer war es dann? fragte McCrodden. Das weiß ich leider nicht. Weiß es Poirot? Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und warum hat der Absender behauptet, Hercule Poirot zu sein? Das weiß ich nicht. Dann ist ihr ganzes Verhalten, wenn ich so sagen darf, fehlerbehaftet. Ich verstehe nicht ganz, was sie meinen, gestand ich. Sie sagten, sie seien hier, um etwas aufzuklären, und ihr Gebaren erweckt den Eindruck, dass sie es für nunmehr aufgeklärt erachten. Hercule Poirot hat meinen Sohn nicht des Mordes beschuldigt, also habe ich keinen Grund zur Besorgnis. Ist das Ihre Meinung? Also, ich suchte verzweifelt nach der richtigen Antwort. Ich kann nachvollziehen, dass es ärgerlich ist, derlei erleben zu müssen, aber wenn die Anschuldigung nur ein dummer Streich war, würde ich mir an ihrer Stelle keine unnötigen Gedanken machen. Das sehe ich anders. Jetzt bin ich ganz im Gegenteil noch besorgter. McCrodden stand auf und begab sich ans Fenster. Er sah kurz auf die Straße hinunter, bewegte sich dann zwei Schritte nach rechts und starrte die Wand an. Solange ich annahm, der Absender sei Poirot, konnte ich mir berechtigte Hoffnungen auf eine zufriedenstellende Auflösung machen. Wie ich annahm, würde er früher oder später seinen Fehler einräumen. Ich habe zwar davon gehört, dass er ein stolzer Mann ist, aber auch ehrenwert und, dies vor allem für Vernunftgründe zugänglich. Wie ich gehört habe, betrachtet er den Charakter eines Menschen als etwas Faktisches, Beweiskräftiges. Trifft das zu? Er ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Kenntnis des menschlichen Charakters eine wesentliche Voraussetzung für die Aufklärung von Verbrechen ist, sagte ich. Ohne das Motiv zu kennen, kann man nichts aufklären und ohne Verständnis des Charakters bleibt das Motiv im Dunkeln. Ich habe ihn auch sagen hören, kein Mensch könne auf eine Weise handeln, die seiner wahren Natur zuwiderläuft. Dann hätte ich ihn davon überzeugen können, dass John nie einen Mord verüben könnte. Eine solche Tat widerspreche seinen Grundsätzen. Die bloße Vorstellung ist lachhaft. Nun jedoch erfahre ich, dass Hercule Poirot nicht derjenige ist, den ich überzeugen muss, da er den Brief nicht geschrieben hat. Mehr noch, ich kann den unausweichlichen Schluss ziehen, dass der wahre Verfasser des Schreibens ein Lügner und ein Betrüger ist. Ein solcher Mensch macht in seinem Bestreben, meinen Sohn zu vernichten, möglicherweise vor nichts halt. McCrodden kehrte schnell zu seinem Stuhl zurück, als ob die Wand, die er die ganze Zeit angestarrt hatte, ihn wortlos dazu aufgefordert hätte. Ich muss wissen, wer den Brief geschrieben und abgeschickt hat, sagte er. Es ist unbedingt unerlässlich, wenn ich Johns Sicherheit gewährleisten will. Ich würde mich gern der Dienste Hercule Poirot versichern. Glauben Sie, er wäre bereit, in meinem Auftrag zu ermitteln? Gut möglich, aber es ist doch gar nicht erwiesen, dass der Briefschreiber tatsächlich glaubt, was er zu glauben behauptet. Was, wenn das Ganze nicht mehr ist als ein unvorstellbar dummer und geschmackloser Scherz? Gut möglich, dass die Sache damit erledigt ist. Wenn ihr Sohn keine weiteren Mitteilungen erhält, Sie sind in höchstem Grade naiv, wenn Sie das wirklich glauben, sagte McCrodden. Er hob den Brief auf und warf ihn mir zu. Er landete zu meinen Füßen auf dem Boden. Wenn jemand einem so etwas zuschickt, dann will er einem schaden. Ihn zu ignorieren, bedeutet ein unkalkulierbares Risiko einzugehen. Laut meinem Superintendent starb Barnabas Pandy infolge eines häuslichen Unfalls, sagte ich. Er ertrank in der Badewanne. So heißt es, ja. Offiziell besteht kein Verdacht auf Fremdeinwirkung. Sie klingen so, als wären Sie da anderer Meinung. Sobald die Möglichkeit ausgesprochen worden ist, hat man die Pflicht, sie zu überprüfen, sagte McCrodden. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass Pandy nicht ermordet wurde. Und Sie sagen, Ihr Sohn könnte nie einen Mord begehen. Folglich, ich verstehe. Sie verdächtigen mich der vorsätzlichen väterlichen Blindheit. Nein, das ist es nicht. Niemand kennt John besser als ich. Er hat viele Fehler. Aber töten würde er nicht. Er hatte mich missverstanden. Ich hatte nur gemeint, dass, da niemand im Zusammenhang mit Pandy's Tod nach einem Mörder suchte und da er wusste, dass sein Sohn unschuldig war, McCrodden wirklich nichts zu befürchten hatte. Sie haben vermutlich gehört, dass ich ein überzeugter Befürworter der Todesstrafe bin. Stanley Strang nennt man mich. Ich halte nichts von dem Namen und niemand würde es wagen, ihn in meiner Anwesenheit auszusprechen, wenn man mich stattdessen Stanley für eine gerechte und zivilisierte Gesellschaft nannte. Leider geht das einem weniger leicht von der Zunge. Ich bin sicher, Sie werden mir darin beipflichten, dass jeder von uns für seine Taten einstehen muss. Von Platons Ring des Güges brauche ich Ihnen gewiss nichts zu erzählen. Ich habe die Geschichte mit John viele Male erörtert. Ich tat alles, was ich konnte, um ihm die richtigen Wertvorstellungen zu vermitteln, bin aber gescheitert. Er ist so leidenschaftlich gegen jede Zerstörung menschlichen Lebens, dass er die Todesstrafe selbst für die entmenschtesten Monster ablehnt. Er argumentiert, ich sei ebenso sehr ein Mörder wie der gewissenlose Schurke, der um einiger weniger Schillingswillen in einer dunklen Gasse eine Kehle durchschneidet. Mord bleibt Mord, sagt er. Sie begreifen also, dass er sich niemals gestatten würde, einen Menschen zu töten. Das würde ihn in seinen eigenen Augen lächerlich machen, und das wäre ihm unerträglich. Ich nickte, obwohl ich nicht überzeugt war. Meine Erfahrungen als Polizeieinspektor haben mich gelehrt, dass viele Menschen eine sehr strapazierfähige Eigenliebe besitzen, die selbst die abscheulichsten Verbrechen unbeschadet übersteht. Alles, was sie interessiert, ist, wie sie in den Augen der anderen wirken und ob sie ungestraft davonkommen können. Und wie sie selbst sagen, scheint außer unserem ruchlosen Briefschreiber niemand der Meinung zu sein, Pandy's Tod könnte eine strafbare Ursache gehabt haben, fuhr McCrodden fort. Er war ein äußerst wohlhabender Mann, Eigentümer des Herrengutes Comingham Hall und ehemaliger Eigentümer mehrerer schiefer Bergwerke in Wales. Damit hat er sein Vermögen gemacht. Bergwerke? Ich erinnerte mich an mein Gespräch mit dem Super und das Missverständnis um das Wort Minouren. Arbeitete Ihr Sohn nicht früher einmal in einer Mine? Ja, im Norden in der Nähe von Gisborough. Also nicht in Wales. In Wales nie. Die Idee können Sie vergessen. Ich bemühte mich nach Kräften so auszusehen, als hätte ich sie vergessen. Pandy war 94, als er in der Badewanne ertrank, sagte McCrodden. Er war seit 65 Jahren Witwer gewesen. Er und seine Frau hatten ein einziges Kind, eine Tochter, die heiratete und ihrerseits zwei Töchter bekam, bevor sie und ihr Ehemann bei einem Hausbrand ums Leben kamen. Pandy nahm seine zwei verwaisten Enkelinnen Lenore und Annabelle bei sich auf und sie leben seither auf Comingham Hall. Die jüngere Schwester Annabelle hat nie geheiratet. Die ältere, Lenore, heiratete einen Mann namens Cecil Levington. Sie bekamen zwei Kinder, Ivy und Timothy, in dieser Reihenfolge. Cecil starb vor vier Jahren an einer Infektion. Das ist alles, was ich herausfinden konnte und nichts davon ist vom geringsten Interesse oder liefert einen Ansatzpunkt für weitergehende Ermittlungen. Ich hoffe, Poirot hat da mehr Erfolg. Vielleicht gibt es ja nichts herauszufinden, sagte ich. Das könnte auch eine ganz normale Familie sein, in der kein Mord stattgefunden hat. Es gibt reichlich herauszufinden, korrigierte mich McCrodden. Wer hat den Brief geschrieben? Und warum hat er oder sie sich auf meinen Sohn eingeschossen? Solange wir das nicht wissen, bleiben diejenigen unter uns, die beschuldigt wurden, grundsätzlich unter Verdacht. Sie wurden doch gar nicht beschuldigt, sagte ich. Das würden Sie nicht behaupten, wenn Sie Johns Begleitschreiben gelesen hätten, mit dem der Brief kam? Er zeigte auf die Stelle zu meinen Füßen, wo der Brief nach wie vor lag. Er beschuldigt mich, Poirot dazu angestiftet zu haben, damit er, John, keine andere Wahl hätte, als sich der Juristerei zuzuwenden, um sich selbst verteidigen zu können. Was bringt ihn auf die Idee, dass Sie das getan haben könnten? John ist davon überzeugt, ich würde ihn hassen. Nichts könnte weniger wahr sein. Ich habe mich in der Vergangenheit kritisch über seine Lebensgestaltung geäußert, aber nur, weil ich möchte, dass er es zu etwas bringt. Er scheint eher das Gegenteil anzustreben. Er hat jede einzelne Chance vertan, die ich ihm geboten habe. Einer der Gründe, warum er Barnabas Pandy nicht getötet haben kann, ist die Tatsache, dass er die dazu nötige Aggressivität überhaupt nicht erübrigen könnte. Sein ganzer Hass gilt völlig zu Unrecht mir. Ich produzierte ein höfliches Geräusch, das, wie ich hoffte, Mitgefühl ausdrückte. Je eher ich mich mit Ercule Poirot besprechen kann, desto besser, sagte McCrodden. Ich hoffe, ihm wird es gelingen, dieser widerwärtigen Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Die Hoffnung, meinen Sohn von seiner schlechten Meinung über mich abzubringen, habe ich zwar seit langem aufgegeben, aber ich würde doch gern, wenn es möglich ist, beweisen, dass ich mit diesem Brief nichts zu tun habe. Siebtes Kapitel Ein alter Feind Während ich mich in der Kanzlei von Donaldson und McCrodden auf der Henrietta Street aufhielt, war auch Poirot bei einer Anwaltsfirma, Fuller, Fuller und Wout, auf der nur einen kurzen Fußweg entfernten Drury Lane. Unnötig zu sagen, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Nachdem es ihm nicht gelingen wollte, mich aufzuspüren, hatte mein belgischer Freund seiner Aufmerksamkeit Barnabas Pandy zugewandt und fast als erstes hatte er über ihn herausgefunden, dass Pandy in allen juristischen Angelegenheiten von Peter Wout vertreten worden war, dem Seniorpartner der Firma. Anders als ich hatte Poirot einen Termin vereinbart, oder besser gesagt, sein Diener George hatte das für ihn erledigt. Er erschien pünktlich und das Mädchen, das ihn in Woutes Büro führte, war weit weniger aufdringlich als McCrodden's Miss Mason. Als er das Zimmer sah, in dem der Rechtsanwalt arbeitete, versuchte er, sein Entsetzen zu verbergen. »Willkommen, willkommen«, sagte Wout, während er aufstand, um seinem Besucher die Hand zu geben. Er hatte ein gewinnendes Lächeln und schneeweißes Haar, das ihm in planlosen Zacken und Locken vom Kopf abstand. »Sie müssen Hercule Poirot sein, ist das korrekt?« »C'est parfait«, sagte Poirot beifällig. Ein Engländer, der sowohl seinen Vor- als auch seinen Zunahmen korrekt auszusprechen vermochte, hatte in der Tat Seltenheitswert. War es indes vertretbar, einem Menschen Bewunderung zu zollen, der es fertigbrachte, in einer solchen Umgebung zu arbeiten? Der Raum bot einen sehr ungewöhnlichen Anblick. Er war groß, rund zwanzig auf fünfzehn Fuß, und hatte eine hohe Decke. Ganz an die rechte Wand gerückt, standen Wouts wuchtiger Mahagoni-Schreibtisch und nicht mindermassiger grüner Ledersessel. Vor dem Schreibtisch standen zwei braunlederne Polsterstühle mit gerader Lehne. Im rechten Drittel des Zimmers befanden sich außerdem ein Bücherschrank, eine Lampe und ein Kamin. Auf der Einfassung des Rauchfangs stand eine Einladung zu einem Dinner der Law Society. Die restlichen zwei Drittel des Raumes wurden von ramponierten Pappkartons eingenommen, die, aufeinandergestapelt, ein ebenso gigantisches wie unförmiges Bauwerk von schier atemberaubender Absonderlichkeit bildeten. Es wäre unmöglich gewesen, sich zwischen die Kartons zu zwängen oder um sie herum zu gehen. Tatsächlich verringerte ihre Anwesenheit die verfügbare Fläche des Zimmers in einem solchen Ausmaß, dass jeder gesund empfindende Mensch davon Beklemmungen bekommen hätte. Viele Kartons waren offen und quollen von allerlei Kram über, vergilbten Papieren, zerbrochenen Bilderrahmen, lehmbeschmutzten alten Kleidungsstücken. Hinter diesem Karakorum von Kartons war ein Fenster, an dem Streifen eines gelblichen Stoffs herabhingen, die sich keine Hoffnung machen konnten, die Glasscheiben hinter sich zu verdecken. »C'est le Couchemar«, murmelte Poirot. »Ich sehe, Sie haben die Gardinen bemerkt.« Wout klang leicht verlegen. »Es würde den Raum gleich wohnlicher machen, wenn man sie auswechselte. Sie sind furchtbar alt. Ich würde ja einem der Büromädchen auftragen, sie abzuhängen, aber wie Sie sehen können, kommt man da einfach nicht ran.« »Wegen der Kartons?« »Tja, meine Mutter starb vor drei Jahren. Es gibt viel auszusortieren, und ich muss gestehen, dass ich noch nicht richtig damit angefangen habe. Wohl gemerkt, nicht alle Kartons enthalten Mamas Sachen. Viel davon ist mein eigener Krimskrams.« Er klang so, als wäre er mit der Situation vollauf zufrieden. »Aber bitte, nehmen Sie doch Platz, Monsieur Poirot. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?« Poirot ließ sich auf einem der verfügbaren Polsterstühle nieder. »Es stört Sie nicht, hier drinnen zu arbeiten mit dem ganzen Krimskrams?« Es ließ Sie nicht los. »Ich merke, er fasziniert Sie, Monsieur Poirot. Ich vermute, Sie gehören zu den Leuten, bei denen immer alles tipptopp in Schuss sein muss. Habe ich recht?« »Ganz gewiss gehöre ich zu Ihnen, Monsieur. Ich bin ein unersättlicher Liebhaber der Tiptopität. Ich brauche Ordnung um mich, wenn ich klar und produktiv denken soll. Geht es Ihnen nicht auch so?« »Ich lasse mich doch nicht von ein paar alten Pappschachteln aus dem Konzept bringen.« Wout gluckste. »Ich kann Sie tagelang übersehen. Irgendwann werde ich Sie mir vornehmen. Bis dahin, warum sollte ich mich von Ihnen stören lassen?« Mit einem leichten Zucken der Augenbrauen wandte sich Poirot dem Gegenstand zu, der ihn an diesen Ort geführt hatte. Wout äußerte Bedauern über den Tod seines guten alten Freundes Barnabas Pandy und belieferte Poirot mit genau denselben Fakten, die Stanley McCrodden, vielleicht genau im selben Augenblick, vor mir ausbreitete. Walisische Schieferbergwerke, Landgut Comingham Hall, zwei Enkelinnen, Lenore und Annabelle, zwei Urenkel, Ivy und Timothy. Darüber hinaus steuerte Wout allerdings ein Detail über Barnabas Pandy bei, dass in Stanley Strangs Mitteilung fehlte. Er erwähnte den treuen, altgedienten Kingsbury. »Eher so etwas wie ein jüngerer Bruder von Barnabas war Kingsbury. Er fühlte sich mehr wie ein Familienmitglied als wie ein Bediensteter, obwohl er, was die Erfüllung seiner Pflichten anging, immer äußerst gewissenhaft war. Natürlich traf Barnabas Vorsorge für seine Zukunft, ein Legat.« »Ah ja, das Testament«, sagte Poirot. »Ich würde gern Näheres darüber erfahren.« »Nun, ich wüsste nicht, dem es schaden sollte, wenn ich es Ihnen verrate. Barnabas hätte nichts dagegen gehabt und seine letztwillige Verfügung war auch ganz simpel. Eigentlich genau so, wie man erwartet hätte. Aber dürfte ich fragen, warum es Sie interessiert?« »Mir ist indirekt zu Ohren gekommen, dass Monsieur Pandy ermordet wurde.« »Ach so, ich verstehe.« Waut lachte und verdrehte die Augen. »Ermordet?« »Nein, keine Rede davon.« »Barnabas ertrank, schlief in der Badewanne ein, rutschte mit dem Kopf unter Wasser und, bedauerlicherweise...« Er ließ den offensichtlichen Ausgang unausgesprochen. »Das ist die offizielle Version. Allerdings erwägt man jetzt auch die Möglichkeit, dass der Tod zwar wie ein Unfall aussehen sollte, tatsächlich aber absichtlich herbeigeführt wurde.« Waut schüttelte die ganze Zeit vehement den Kopf. »Purer Quatsch! Meine Güte! Da hat einer die Gerüchtigküche aber mächtig eingeheizt, wie? Beziehungsweise ein Nee. Es sind ja in aller Regel die Damen, die dem Klatsch obliegen. Wir Kerle sind viel zu vernünftig, um unsere Zeit mit Ärgermachen zu vergeuden.« »Sie sind sich also sicher, dass Monsieur Pondys Tod ein Unfall war?« »Könnt ihr mir gar nicht sicherer sein.« »Wie können Sie das mit so viel Überzeugung behaupten? Waren Sie im Badezimmer zugegen, als er starb?« Waut sah ihn entrüstet an. »Natürlich war ich nicht bei ihm im Badezimmer. Ich war überhaupt nicht da. Siebter Dezember, nicht? Rein zufällig waren meine Frau und ich da auf der Hochzeit meines Neffen in Coventry.« Poirot lächelte höflich. »Ich wollte lediglich zu Bedenken geben, dass, wenn Sie weder im Badezimmer waren, als er starb, noch auch nur in Cummingham Hall, Sie dann kaum in der Lage sind, mit Bestimmtheit zu beaubten, dass Monsieur Pondys Tod auf einen Unfall zurückzuführen war. Wenn jemand ins Badezimmer geschlichen wäre und ihn unter Wasser gedrückt hätte, wie könnten Sie wissen, dass das passiert ist oder nicht passiert ist, wenn Sie auf einer Hochzeit in Coventry waren?« »Es ist nur so, dass ich die Familie kenne«, sagte Waut und runzelte besorgt die Stirn. »Ich bin Ihnen allen ein guter Freund, ebenso wie Sie mir durchweg gute Freunde sind. Ich weiß, wer sich gerade im Herrenhaus auffielt, als es zur Tragödie kam. Eleanor, Annabelle, Ivy und Kingsbury, und ich kann Ihnen versichern, dass keiner von Ihnen Barnabas auch nur ein Haar gekrümmt hätte. Es ist völlig undenkbar. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sehr Sie alle um ihn trauerten, Monsieur Poirot.« Lautlos artikulierte Poirot die Worte »c'est ça«. Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Waut war einer dieser Menschen, die an Dinge wie Mord und das Böse und überhaupt jegliche Unannehmlichkeit nur dann glaubten, wenn sie sie nicht direkt betrafen. Lese er in der Zeitung, dass ein Irrer eine fünfköpfige Familie in kleine Stücke gehackt hat, so würde er keinen Augenblick lang daran zweifeln. Aber würde man ihm gegenüber andeuten, dass ein Mann, den er als seinen Freund betrachtete, ermordet worden sein könnte, ließ er sich nie davon überzeugen, dass dies auch nur im Bereich des Möglichen lag. »Bitte erzählen Sie mir von Monsieur Pondys Testament«, sagte Poirot. »Wie gesagt, Kingsbury bekam ein nettes Sümmchen, genug, um einen behaglichen Lebensabend verbringen zu können. Haus und Ländereien werden für Ivy und Timothy bis zu deren Erreichen der Volljährigkeit treuhänderisch verwaltet, mit dem Zusatz, dass Lenore und Annabelle dort Wohnrecht auf Lebenszeit genießen. Das ganze Geld und die übrigen Vermögenswerte, wovon es etliche gibt, gehen an Lenore und Annabelle. Jetzt sind sie beide, jede für sich äußerst wohlhabende Frauen.« »Also könnte eine Erbschaft ein Motiv geliefert haben«, sagte Poirot. Waut seufzte ungeduldig. »Monsieur Poirot, bitte hören Sie doch, was ich Ihnen klarzumachen versuche. Es ist schlechterdings unvorstellbar.« »Ja, ja, ich höre. Die meisten Leute würden sich sagen, dass ein 94-Jähriger ohnehin in absehbarer Zeit sterben wird, aber wenn jemand sofort Geld bräuchte, wenn noch ein Jahr zu warten die schlimmsten Konsequenzen für ihn hätte.« »Ich sag Ihnen doch, Mann, Sie sind völlig auf dem Holzweg«, Wauts Augen und Stimme verrieten heftige Besorgnis. »Es ist eine reizende Familie.« »Sie sind Ihr ein guter Freund, Monsieur«, gab Poirot sanft zu bedenken. »Genau, bin ich. Glauben Sie, ich würde einer Familie die Freundschaft halten, zu der ein Mörder gehört? Barnabas wurde nicht ermordet. Ich kann es beweisen, er«, Waut verstummte. Eine neue Rosigkeit umwölkte seine Wangen. »Was immer Sie mir sagen können, wird mir eine große Hilfe sein,« ermunterte Poirot ihn. Waut sah verdrießlich drein. Nachdem ihm etwas gegen seinen Willen herausgerutscht war, fehlte ihm jetzt die Geistesgegenwart, um sich glaubwürdig herauszureden. »Was soll's? Es wird schon nichts schaden, wenn ich es Ihnen sage.« Er seufzte. »Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass Barnabas wusste, dass er bald sterben würde. Ich sah ihn kurz vor seinem Tod und...« »Na ja«, er schien zu ahnen, dass seine Zeit sich dem Ende zuneigte.« »Was vermittelte Ihnen diesen Eindruck?« »Als ich ihn zum letzten Mal sah, erschien er mir wie ein Mann, dem eine schwere Last von den Schultern genommen worden war. Er schien seinen Frieden gefunden zu haben. Er lächelte auf eine besondere Weise, ließ gewisse Bemerkungen fallen, die andeuteten, er müsse bestimmte Angelegenheiten jetzt in Ordnung bringen, bevor es zu spät wäre. Er schien das Gefühl zu haben, dass der Tod mit Riesenschritten nahte, und leider sollte er Recht behalten.« »Dommage«, pflichtete Poirot ihm bei. »Trotzdem, es ist besser, dem unausweichlichen Ende mit einem gelassenen Geist zu begegnen, nicht wahr?« »Was für Angelegenheiten wünschte Monsieur Pondy denn in Ordnung zu bringen?« »Hm? Äh, ach, es gab da so einen Mann, der sein... naja, wirklich sein Feind gewesen war, falls das Wort nicht zu melodramatisch klingt.« »Vincent Lobb«, hieß der Knabe. Bei unserer letzten Begegnung erklärte Barnabas, er wünsche, diesem Burschen zu schreiben und ihm eine Aussöhnung vorzuschlagen.« »Das plötzliche Bedürfnis, einem alten Feind zu verzeihen«, murmelte Poirot. »Das ist interessant. Angenommen, jemand wollte, dass dieser Friedensschluss nicht zustande kam. Wurde dieser Brief an Monsieur Lobb jemals abgeschickt?« »Durchaus«, sagte Waut. »Ich erklärte Barnabas, dass sich das für eine ausgezeichnete Initiative hielt, und er gab ihn noch an demselben Tag in die Post. Ob er eine Antwort bekam, ist mir nicht bekannt. Es geschah wirklich nur wenige Tage, bevor er dahin ging. Sehr traurig. Obwohl er mit 94 wirklich ein prächtiges Alter erreichte. Es ist wohl möglich, dass ein Antwortbrief nach seinem Tod ankam, aber andererseits hätten mir Annabelle oder Lenore dann, glaube ich, davon erzählt.« »Was war die Ursache der Feindschaft zwischen den Messieurs Pondy et Lobb?«, fragte Poirot. »Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht helfen. Barnabas hat es mir nie erzählt.« »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas über die Familie erzählen könnten«, sagte Poirot. »War es, ist es ein glücklicher Haushalt in Coming-em-All?« »Oh, sehr glücklich, wirklich sehr glücklich. Lenore ist ein wahrer Fels in der Brandung. Annabelle und Ivy bewundern sie beide maßlos. Annabelle betet Lenores Kinder geradezu an und ihren geliebten Hund natürlich ebenso. Hopscotch, der ist eine richtige Nummer, ein Riesenvieh, springt gern die Leute an und schlägt sie ab. Keine Spur von Gehorsam, aber sehr anhänglich. Und was den jungen Timothy angeht, der Bursche hat eine große Zukunft vor sich. Er hat einen gescheiten Kopf und jede Menge Willenskraft. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er es eines Tages noch bis zum Premierminister bringt. Auch Barnabas sagte das oft. »Dieser Junge könnte alles werden, was er sich vornimmt«, sagte er oft. »Absolut alles.« Barnabas hing an Ihnen allen sehr und Sie an ihm. »Sie schildern wahrhaftig die vollkommene Familie«, sagte Poirot. »Doch es gibt keine Familie, die nicht ihre Probleme hätte. Es muss irgendetwas gegeben haben, was nicht ganz vollkommen war.« »Also, ich würde es nicht so... Ich meine, selbstverständlich ist das Leben nie gänzlich frei von Unliebsamkeiten, aber zum größten Teil, wie ich bereits sagte, Monsieur Poirot, es sind die Damen, die verleumderischen Klatsch genießen.« Barnabas liebte seine Familie und Kingsbury, und sie alle liebten ihn. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Und da nicht die Rede davon sein kann, dass sein Tod etwas anderes gewesen wäre als ein Unfall, sehe ich keine Notwendigkeit, das Privatleben eines guten Mannes und dessen Familie umzugraben und darin nach unappetitlichen Happen zu wühlen. Als er erkannte, dass Wout fest entschlossen war, nichts weiter preiszugeben, dankte ihm Poirot für seine Hilfe und brach auf. »Aber es gibt mehr, preiszugeben«, sagte er zu niemand Bestimmtem, als er wieder auf der Drury-Lane stand. »Ganz gewiss ist da noch mehr, und ich werde es herausfinden. Nicht ein unappetitlicher Happen wird Hercule Poirots Lappen entgehen.« Achtes Kapitel Poirot erlässt Anweisungen Ich fand Poirot in meinem Büro vor, als ich zu Scotland Yard zurückkehrte. Er schien in Gedanken versunken zu sein und murmelte, als ich hereinkam lautlos vor sich hin. Er war so geschniegelt wie stets, und sein beachtlicher Schnauzbad sah besonders gut gepflegt aus. »Poirot! Endlich!« Aus seiner zeitweiligen Absenz aufgeschreckt erhob er sich. »Mon ami Gatchpool, wo waren Sie? Ich habe eine Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen, die mir große Verwirrung bereitet.« »Lassen Sie mich raten«, sagte ich. »Ein mit Ihrem Namen unterzeichneter, wenn gleich von Ihnen weder geschriebener noch entsandter Brief, der Stanley McCroddens Sohn John des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigt?« Poirot sah mich verblüfft an. »Mon cher! Irgendwie wissen Sie es schon. Sie werden mir gewisslich verraten, woher.« »Aber Sie sagen Brief«, nicht »Briefé«. Bedeutet dies, dass Sie von den Anderen nichts wissen?« »Den Anderen?« »Oui, mon ami. Jeweils ein Mrs. Sylvia Regan, Miss Annabelle Treadway und Monsieur Hugo Doqueril adressiert.« »Annabelle?« »Ich wusste, dass ich den Namen erst kürzlich gehört hatte, konnte mich aber nicht erinnern, wo.« Dann fiel es mir ein. Stanley McCrodden hatte mir erzählt, dass eine von Pandy's Enkelinnen so hieß. »Völlig korrekt«, sagte Poirot, als ich nachfragte. »Miss Treadway ist in der Tat eine Enkelin, Monsieur Pondys.« »Wer sind dann die zwei anderen?« »Wie waren noch mal die Namen?« »Sylvia Regan und Hugo Doqueril. Sie sind zwei Personen und Annabelle Treadway ist eine dritte und Jean McCrodden eine vierte, die mit meinem Namen unterschriebene Briefe erhielten und der Ermordung Borna Bas Pondys beschuldigt wurden. Die meisten dieser Personen haben bei mir vorgesprochen, um mich für die Zusendung dieser Briefe, die ich nicht geschickt habe, zu beschimpfen, und haben mir kein Gehör geschenkt, als ich ihnen erklären wollte, dass ich sie überhaupt nicht geschickt hatte. Es war entnervend und entmutigend, mon ami, und nicht einer von ihnen war in der Lage, mir den von ihm erhaltenen Brief zu zeigen.« »Gut möglich, dass ich ihnen in dem Punkt behilflich sein kann«, antwortete ich ihm. Seine Augen weiteten sich. »Haben Sie einen der Briefe?« »Ja, dann müssen Sie den haben, der Jean McCrodden zugesandt wurde, da es ja sein Name war, den Sie erwähnt haben. »Ah, es ist eine Freude, in Ihrem Büro zu sein, Katschpool. Hier ist kein unansehnliches Gebirge von Kartons.« »Kartons? Warum sollten hier Kartons sein?« »Sollten Sie nicht, mein Freund. Aber verraten Sie mir, wie können Sie im Besitz des Briefes ein, den Jean McCrodden erhielt?« »Er sagte mir, er habe Ihnen Fetzen gerissen und diese Fetzen seinem Vater zugeschickt.« Ich berichtete ihm von dem Telegramm des Supers und meinem Treffen mit Stanley Strang, wobei ich mich bemühte, nichts auszulassen, was relevant hätte sein können. Während ich sprach, nickte er die ganze Zeit eifrig. Als ich fertig war, sagte er, »Welch eine Coincidence! Ohne es zu ahnen, haben wir sehr tüchtig und, wie sagt man doch, konzentriert gehandelt. Just während Sie mit Stanley McCrodden sprachen, unterhielt ich mich mit dem Rechtsbeistand Barnabas Pondys.« Dann referierte er mir, was er herausgefunden hatte und was nicht. »Da ist noch mehr, vielleicht sehr viel mehr, was Peter Wout mir über Barnabas Pondys Familie verraten könnte, aber nicht verraten wollte. Und da er sich absolut sicher ist, dass Pondy nicht ermordet wurde, fühlt er sich auch nicht verpflichtet, andere an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Doch ich habe eine Idee, eine bei deren Umsetzung Stanley Strang, sofern er dazu bereit ist, behilflich sein könnte. Ich muss bald möglichst mit ihm sprechen. Aber zunächst zeigen Sie mir bitte Jean McCroddens Brief.« Ich gab ihn ihm. Als er ihn las, flammten Poirots Augen vor Zorn auf. »Es ist undenkbar, dass er Kühlpoirot so etwas geschrieben und abgeschickt haben sollte. Gatschpul! Er ist so ungeschickt formuliert und so stillos geschrieben. Es beleidigt mich, dass jemand glauben konnte, der Brief käme von mir.« Ich versuchte ihn zu trösten. »Keiner der Empfänger kennt Sie persönlich. Andernfalls hätten Sie, so wie ich, auf den ersten Blick erkannt, dass er nicht aus Ihrer Feder stammt.« »Es gibt viel zu bedenken. Ich werde eine Liste erstellen. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Gatschpul!« »Ich fürchte, ich muss mich an die Arbeit machen, Poirot. Wenn Sie mit Stanley Strang sprechen wollen, nur zu. Er möchte Sie selbst dringend sprechen. Aber wenn Sie beabsichtigen, in Sachen Barnabas-Pen die weitere Schritte zu unternehmen, können Sie auf mich, so leid es mir tut, nicht zählen.« »Wie könnte ich keine Schritte unternehmen, mon ami? Was glauben Sie, warum die vier Briefe verschickt wurden? Jemand wünscht mir die Idee, in den Kopf zu setzen, dass Barnabas-Pondi ermordet wurde. Ist es da nicht begreiflich, dass ich neugierig bin? So, und jetzt müssten Sie etwas für mich erledigen.« »Poirot, oui, oui, Sie müssen Ihre Arbeit machen. Je comprends. Das werde ich Ihnen auch gestatten, sobald Sie mir geholfen haben. Es ist nur eine kleine Aufgabe und für Sie viel leichter zu erledigen als für mich. Finden Sie heraus, wo die vier an dem Tag waren, als Barnabas-Pondi starb. Sylvia Regan, Hugo Doqueril, Annabelle Treadway und John McRodden. Der Rechtsanwalt Wout sagte mir, dass Mademoiselle Treadway zu Hause war, als ihr Großvater starb in Cummingham Hall. Finden Sie heraus, ob das den Tatsachen entspricht. Und bitte, es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass Sie jeden von Ihnen auf genau dieselbe Weise befragen, dieselben Fragen in derselben Reihenfolge. Ist das klar? Mir ist aufgegangen, dass dies die effektivste Methode ist, den Charakter eines Menschen von dem eines anderen zu unterscheiden. Außerdem interessiert mich dieser Justus, von dem Madame Regan so besessen ist. Wenn Sie vielleicht ... Ich winkte ihm ein Stop zu, wie ein Bahnwärter, auf den ein führerloser Zug zurast. Poirot, bitte. Wer ist Justus? Nein, vergessen Sie die Frage. Barnabas Pendys Tod ist offiziell für einen Unfall erklärt worden. So leid es mir tut, bedeutet dies, dass ich schlecht bei Leuten ins Haus platzen und sie nach ihren Alibis fragen kann. Nicht gerade heraus, natürlich, moh, pflichtete Poirot mir bei. Er stand auf und begann imaginäre Knitterfalten in seiner Kleidung zu glätten. Ich bin sicher, Sie werden schon eine geschickte Lösung für dieses Problem finden. Guten Tag, mon ami. Kommen Sie mich besuchen, sobald Sie mir die erforderlichen Informationen liefern können. Und, ja, ja, dann können Sie die Arbeit erledigen, die Ihnen Scotland Yard zugeteilt hat. Neuntes Kapitel. Vier Alibis. Am Abend des selben Tages klingelte im Haus, in dem John McRodden wohnte, das Telefon. Seine Hauswirtin nahm ab. John McRodden wollen Sie, ja? Nicht John Webber? McRodden, ja? In Ordnung, ich hole ihn. Hab ihn vorhin erst gesehen, ist wahrscheinlich oben in seinem Zimmer. Sie möchten mit ihm reden, ja? Dann hole ich ihn eben. Sie warten so lange, ich hole ihn. Während die Anruferin fast fünf Minuten lang wartete, sagte sie sich, dass es eine erstaunlich unfähige Frau sein musste, die es fertig brachte, ihren eigenen Untermieter nicht zu finden, wenn er zu Hause war. Schließlich meldete sich eine männliche Stimme. McRodden, wer spricht da? Ich rufe im Auftrag von Inspektor Edward Catchpool an, sagte die Anruferin. Von Scotland Yard. Es entstand eine Pause. Dann sagte John McRodden, ach, wirklich? Er klang so, als hätte die Idee ihn belustigen können, wenn er nur nicht so müde gewesen wäre. Ja, ja, das stimmt. Und wer sind dann bitte Sie? Seine Frau? fragte er sarkastisch. Die Anruferin hätte keine Probleme damit gehabt, McRodden zu verraten, wer sie war, aber sie hatte die ausdrückliche Anweisung erhalten, dies zu unterlassen. Sie hatte Kärtchen vor sich liegen, auf denen genau stand, was sie sagen sollte, und sie beabsichtigte, sich buchstabengetreu daran zu halten. Ich hätte einige Fragen an sie. Fragen, auf die Inspektor Catchpool ihre Antworten benötigt, wenn sie... Warum stellt er sie mir dann nicht selbst? Wie heißen sie überhaupt? Sagen sie mir augenblicklich ihren Namen, oder dieses Gespräch ist beendet. Wenn sie meine Fragen zufriedenstellend beantworten, dann, hofft Inspektor Catchpool, wird es nicht erforderlich sein, sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache zu bitten. Alles, was ich wissen möchte, ist, wo waren sie an dem Tag, an dem Barnabas Pandy starb? McRodden lachte. Seien sie so freundlich und teilen sie meinem Vater mit, dass ich nicht willens bin, mir seine Belästigungskampagne auch nur eine Sekunde länger gefallen zu lassen. Wenn er nicht aufhört, mich auf diese hinterhältige Weise zu verfolgen, dann täte er besser daran, Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit zu treffen. Sagen sie ihm, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wann Barnabas Pandy starb, weil ich keinen Barnabas Pandy kenne. Ich weiß nicht, ob er gelebt hat, gestorben oder als Trapezkünstler zum Zirkus gegangen ist, und ich weiß auch nicht, wann er das alles getan hat, falls überhaupt. Die Anruferin war vorgewarnt worden, dass John McRodden sich möglicherweise als wenig kooperativ erweisen würde. Sie hörte geduldig zu, während er fortfuhr, sie mit eisiger Verachtung zu traktieren. Darüber hinaus dürfen sie ihm mitteilen, dass ich nicht so dumm bin, wie er glaubt, und dass ich mir völlig sicher bin, dass sollte Scotland ja tatsächlich einen Inspektor namens Edward Catchpool beschäftigen, was ich stark bezweifle, der gute Mann, da nichts von diesem Telefonat weiß, und sie keineswegs autorisiert sind, es zu führen. Was auch der Grund ist, weswegen sie sich weigern, mir ihren Namen zu nennen. Barnabas Pandy starb am 7. Dezember letzten Jahres. Tatsächlich, freut mich ungemein zu hören. Wo waren sie an diesem Tag, Sir? Nach Inspektor Catchpools Informationen starb Mr. Pandy auf seinem Landsitz Comingham Hall. Nie davon gehört. Wenn sie mir also sagen können, wo sie an dem genannten Tag waren, und ob das jemand bestätigen kann, dann wird es für Inspektor Catchpool wahrscheinlich nicht nötig sein, wo ich war. Aber natürlich, Sekunden bevor Barnabas Pandy seinen letzten Atemzug tat, stand ich neben seinem hingestreckten Körper mit einem Tranchiermesser in der Hand, um ihm Selbiges ins Herz zu stoßen. Ist es das, was mein Vater gern von mir hören möchte? Es ertönte ein lauter Knall, und dann war die Leitung tot. Auf der Rückseite einer ihrer Fragekarten notierte sich die Anruferin, was sie für die wesentlichen Punkte hielt. Dass John McRodden glaubte, sein Vater stecke hinter dem Anruf, dass er die Existenz Edward Catchpools angezweifelt hatte, und, was die Anruferin für das Wichtigste hielt, dass er nicht gewusst hatte, beziehungsweise vorgegeben hatte, nicht zu wissen, an welchem Tag Barnabas Pandy gestorben war. Kein Alibi angegeben, schrieb sie, sagte, er hätte direkt bevor Pandy starb mit einem Messer in der Hand neben ihm gestanden, aber er sagte es so, als ob ich es nicht glauben sollte. Nachdem sie ihre Notizen zweimal durchgelesen und ein paar Minuten lang nachgedacht hatte, griff die Anruferin wieder nach ihrem Bleistift und fügte hinzu, aber vielleicht war es die Wahrheit und die Lüge bestand in dem Ton, in dem er es sagte. »Bin ich mit Mrs. Reagan verbunden? Mrs. Sylvia Reagan?« »Am Apparat. Mit wem spreche ich?« »Guten Abend, Mrs. Reagan. Ich rufe im Auftrag von Inspektor Edward Catchpool an, von Scotland Yard.« »Scotland Yard?« Sylvia Reagan klang augenblicklich erschrocken. »Ist etwas passiert? Geht es um Mildred? Ist etwas mit Mildred?« »Das hat nichts mit irgendeiner Mildred zu tun, Ma'am.« »Sie sollte mittlerweile wieder zu Hause sein. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen und dann... Scotland Yard, ach du meine Güte!« »Es geht um etwas anderes. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass Mildred etwas passiert ist.« »Halt!«, bellte Sylvia Reagan, worauf die Anruferin, den Telefonhörer ruckartig von ihrem Ohr entfernte. »Ich glaube, da kommt sie gerade. Oh, dem Himmel sei Dank! Ich will nur eben...« Ein paar knurrlaute und keuchende Atemzüge später sagte Mrs. Reagan, »Ja, es ist Mildred. Sie ist wohlbehalten zurück. Haben Sie Kinder, Inspektor Catchpool?« Ich sagte, ich rufe im Auftrag von Inspektor Catchpool an. Ich bin nicht Inspektor Catchpool. Verdammte Idiotin! Wusste Mrs. Reagan nicht, dass Frauen nicht Inspektor werden durften? Egal, wie sehr sie es sich vielleicht wünschten oder wie begabt sie waren. Es fuchste die Anruferin, gezwungen worden zu sein, sich diese unerfreuliche Tatsache wieder einmal in all ihrer Ungerechtigkeit bewusst zu machen. Sie hegte die heimliche Überzeugung, dass sie einen besseren Inspektor abgeben würde als jede ihr bekannte Person. »Ach so, ja, ja, sicher«, sagte Sylvia Reagan, »die so klang, als hörte sie nur mit halbem Ohr zu. Jedenfalls, wenn Sie Kinder haben, dann werden Sie auch wissen, dass man ihretwegen ununterbrochenen Sorge ist, wie alt Sie auch sein mögen. Sie könnten überall sein, und wie soll man dann wissen, wo? Und dazu mit den verkommensten Subjekten. Haben Sie Kinder?« »Nein.« »Nun, das kommt bestimmt noch, und ich bete für Sie, dass Sie dann nicht erleiden müssen, was ich gerade durchmache. Meine Mildred ist mit dem widerwärtigsten Mann verlobt.« Die Anruferin warf einen Blick auf die Notizen, die man ihr gegeben hatte. Sie tippte, dass die Erwähnung des Namens Justus unmittelbar bevorstand. »Und jetzt haben Sie ein Hochzeitsdatum festgelegt. Nächsten Juni, behaupten Sie jedenfalls. Ich traue Justus absolut zu, dass er Mildred dazu überreden kann, ihn schon vor diesem Datum heimlich zu heiraten. Oh, er weiß, dass ich jeden wachen Augenblick zwischen jetzt und kommenden Juni mit dem Versuch zu bringen werde, dieses verflixte Mädchen zur Vernunft zu bringen, und zwar mit Sicherheit vergeblich. Wer hört schon auf die eigene Mutter? Ich glaube, er hat die Gelegenheit erkannt, mir einen grausamen Streich zu spielen.« »Mrs. Reagan, ich habe eine Frage. Er fehlt, dass ich mich in dem Glauben wiege ganze sechzehn Monate Zeit zu haben, um ihr die Heirat zu ihm auszureden, sodass ich nicht sofort damit anfange. Oh, ich weiß, wie sein abartiger Verstand arbeitet. Es würde mich gar nicht überraschen, wenn er und Mildred in einem Monat bereits verheiratet vor mir erscheinen und sagen würden, »Überraschung, schon passiert. Deswegen bin ich so ein Nervenbündel, sobald sie das Haus verlässt. Justus ist zu allem fähig. Ich weiß nicht, warum diese Dumme ganz so durch und durch unfähig ist, eine eigene Position zu beziehen.« Die Anruferin hätte sich ein, zwei Gründe dafür vorstellen können. »Mrs. Reagan, ich muss Ihnen eine Frage stellen. Es geht um den Tod von Barnabas Pandy. Wenn Sie sie zufriedenstellend beantworten können, dann hofft, Inspektor Ketschpool wird es nicht erforderlich sein, Sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache zu bitten.« »Barnabas Pandy? Wer ist das?« »Ach, jetzt erinnere ich mich. Der Brief, den dieser grässliche, kontinentale Detektiv mir auf Justus Betreiben hingeschrieben hat. Was für eine verwerfliche kleine Kröte er doch ist. Ich hatte bis dahin eine hohe Meinung von Hercule Poirot, aber jemand, der sich dazu hergibt, als Justus Handlanger zu fungieren. Ich weigere mich auch nur an ihn zu denken.« »Wenn Sie meine Fragen zufriedenstellend beantworten, dann hofft, Inspektor Ketschpool wird es nicht erforderlich sein, Sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache zu bitten.«, wiederholte die Anruferin geduldig. »Wo waren Sie an dem Tag, an dem Barnabas Pandy starb?« Aus dem Hörer schnappte es nach Luft. »Wo ich war? Sie fragen mich, wo ich war?« »Ja.« »Und Sie sagen, dass Inspektor ... Wie war der Name nochmal?« »Edward Ketschpool.« Es klang so, als würde sich Sylvia Reagan den Namen notieren. »Und Inspektor Edward Ketschpool von Scotland Yard möchte das wissen?« »Ja.« »Warum? Weiß ja nicht, dass Justus und diese Ausländer diesen Umfug miteinander ausgeheckt haben? Ob Sie mir einfach sagen könnten, wo Sie an dem fraglichen Tag waren?« »An welchem Tag? Dem Tag, an dem ein Mann namens Barnabas Pandy ermordet wurde? Ein Mann, den ich nicht kenne, dessen Name mir, bis ich diesen ekelhaften Brief erhielt, unbekannt war? Wie sollte ich wissen, wo ich gerade war, als jemand ihn ermordete? Ich habe keine Ahnung, wann er starb.« Die Anruferin nahm dreierlei zur Kenntnis. Erstens schien Sylvia Reagan nicht in Zweifel zu ziehen, dass Pandy ermordet worden war. Zweitens war dies nachvollziehbar, wenn sie glaubte, dass dieser Anruf tatsächlich von Scotland Yard kam. Drittens behauptete sie, nicht zu wissen, wann Pandy gestorben war, was dafür sprechen konnte, dass sie ihn nicht getötet hatte. »Mr. Pandy starb am 7. Dezember«, sagte die Anruferin. »Win Sie einen Augenblick warten, gehe ich im Terminkalender vom letzten Jahr nachsehen«, sagte Mrs. Reagan. »Übrigens, gleichgültig, ob Inspektor ...« Es entstand eine kleine Pause. Die Anruferin stellte sich vor, dass Mrs. Reagan einen Blick auf einen Notizzettel warf. »Gleichgültig, ob Inspektor Catchpool es für nötig erachtet, mich doch noch zu befragen, würde ich mich sehr gern mit ihm unterhalten. Ich möchte klarstellen, dass ich niemanden ermordet habe und auch nicht die Sorte Mensch bin, die derlei tun würde. Sobald ich ihm die Sache mit Justus dargestellt habe, wird er diese unersprießliche Angelegenheit, wie ich hoffe, als das ansehen, was sie ist. Ein Versuch, mir ein Verbrechen in die Schuhe zu schieben, an dem ich vollkommen unschuldig bin. Ich bin sicher, dass er es ebenso schockieren, wie ich finden wird. Eine Frau meines Ansehens und Standes. Ich bin eigentlich froh, dass diese Sache passiert ist, denn ich rechne damit, dass sie Justus das Genick brechen wird. Die Behinderung der polizeilichen Untersuchung eines Mordes mithilfe verleumderischer Beschuldigungen ist doch eine Straftat, nicht wahr? Das würde ich doch meinen, sagte die Anruferin. Na dann, ich sehe jetzt in meinem Terminkalender nach. Der 7. Dezember letzten Jahres, sagten Sie? Ja. Während die Anruferin wartete, horchte sie auf die Geräusche in Sylvia Reagans Haus. Sie hörte allerlei Getrampel, Öffnen und Schließen von Türen, Schritte auf einer Treppe. Als Mrs. Reagan sich zurückmeldete, sagte sie triumphierend. Am 7. Dezember war ich im Turville College, von 10 Uhr morgens bis zur Abendessenszeit. Mein Sohn Freddy ist dort Schüler, und es war der Tag des Weihnachtsmarkts. Ich bin bis weit nach 8 Uhr geblieben. Außerdem waren hunderte Personen anwesend, Eltern, Lehrer und Schüler, und alle werden bestätigen, was ich ihnen gesagt habe. Ach, wie herrlich! Sylvia Reagan seufzte. Hustas Plan ist zum Scheitern verurteilt. Wäre es nicht einfach traumhaft, wenn er für seine Lügen und Verleumdungen an den Galgen käme? Also genau das Schicksal erleiden würde, das er mir zugedacht hatte? Nach John McCrodden und Sylvia Reagan war es entschieden, ein Vergnügen Annabelle Treadway zu befragen. Sie hegte, soweit erkennbar, gegen niemanden einen Groll, hatte keine Hustas-Entsprechung und ließ sich nicht lang und giftig über irgendwelche Leute aus, die die Anruferin nicht weiter interessierten. Und was noch wichtiger war, sie hatte Relevantes zu berichten. Am 7. Dezember war ich zu Hause, sagte sie. Wir waren alle da, alle, die auf Comingham Hall wohnen. Kingsbury war ein paar Tage fort gewesen und gerade wieder zurückgekehrt. Er ließ das Bad ein, wie er es immer tat, und er war auch derjenige, der … der etwas später Grandy fand. Erschütternd war es für uns alle, aber für Kingsbury muss es ganz besonders schlimm gewesen sein. Derjenige zu sein, der eine solche Tragödie entdeckt? Noch bevor Lenore, Ivy und ich das Badezimmer betreten hatten, wussten wir, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Ich will nicht behaupten, wir wären darauf gefasst gewesen. Auf etwas so Entsetzliches kann man nicht gefasst sein. Aber wir waren vorgewarnt worden. Der Schrei, den Kingsbury ausstieß, als er es … Ach, der arme Kingsbury. Ich werde nie vergessen, wie seine Stimme sich überschlug, als er nach uns rief. Annabelle Treadway stieß einen gequälten laut aus. Kingsbury ist weder ein junger noch ein kräftiger Mann, und seit Grandys Ableben ist er noch viel älter und schwächer geworden. Nicht im wörtlichen Sinne natürlich, aber dem Aussehen nach ist er um zehn Jahre gealtert. Er war den größten Teil seines Lebens bei Grandy gewesen. Wer ist Kingsbury? Die Frage stand nicht auf der Liste, aber die Anruferin hatte das Gefühl, dass es nachlässig von ihr gewesen wäre, sie nicht zu stellen. Herr Scrandys Kammerdiener war, sollte ich wohl besser sagen, so ein reizender, gütiger Mensch. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Tatsächlich ist er so etwas wie ein Familienmitglied. Wir machen uns seinetwegen alle schreckliche Sorgen. Wir fragen uns, wie er zurechtkommen wird, jetzt, wo Grandy nicht mehr da ist. Er wohnt in Combingham Hall? Er hat ein Cottage auf dem Gutsgelände. Früher verbrachte er die meiste Zeit bei uns im Herrenhaus, aber seit Grandy gestorben ist, bekommen wir ihn nicht annähernd so oft zu Gesicht. Er erledigt seine Arbeit und verschwindet dann still und leise in sein Häuschen zurück. Wohnt abgesehen von Kingsbury sonst noch jemand auf dem Gelände von Combingham Hall? Nein. Wir haben eine Köchin und ein Küchenmädchen, außerdem noch zwei Hausmädchen, aber sie wohnen alle im Ort. Und wer wohnt alles im Herrenhaus? Es waren nur wir vier und mein Hund, Hopscotch. Und dann, seit Grandy starb, nur noch meine Schwester Lenore, meine Nichte Ivy, Hopscotch und ich. Ach, und Timothy natürlich, während eines Teils der freien Wochenenden und Schulferien, wobei er dann allerdings häufig bei dem einen oder anderen Freund übernachtet. Die Anruferin betrachtete die vor ihr liegenden Notizen. Sie hatte alles ordentlich auf dem Tisch ausgebreitet, sodass sie mit einem Blick und ohne blättern zu müssen alle potenziell wichtigen Informationen und gleichzeitig alle Fragen sehen konnte, die sie jedem der vier Verdächtigen stellen musste. Falls Verdächtiger eine treffende Bezeichnung für diese Personen war. Timothy ist Ihr Neffe, richtig, Miss Treadway? fragte sie. Ja, er ist der Sohn meiner Schwester Lenore, Ivys jüngerer Bruder. War Timothy in Comingham Hall, als ihr Großvater starb? Nein, er war auf dem Weihnachtsmarkt seiner Schule. Mit einem zufriedenen Nicken machte sich die Anruferin eine entsprechende Notiz. Laut ihren Spickzetteln besuchte Timothy Levington das Turville College. Anscheinend hatte Sylvia Regan die Wahrheit gesagt, was das Datum des Schulweihnachtsmarktes betraf. Der 7. Dezember. Hielt sich sonst noch jemand im Herrenhaus auf, als Mr. Pandy starb? Also außer Ihnen, Ihrer Schwester Lenore, Ihrer Nichte Ivy und Kingsbury? Nein, niemand, sagte Annabelle Treadway. Normalerweise wäre unsere Köchin auch da gewesen und noch ein Zimmermädchen, aber wir hatten ihnen den Tag freigegeben. Lenore, Ivy und ich hatten eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen. Das heißt, wir hätten zu Mittag und zu Abend in Turville gegessen. Am Ende sind wir dann aber doch nicht hingefahren. Bemüht, nicht zu neugierig zu klingen, fragte die Anruferin, warum der Plan, den Weihnachtsmarkt zu besuchen, aufgegeben worden war. Tut mir leid, das weiß ich nicht mehr, sagte Annabelle schnell. Die Anruferin glaubte ihr nicht. Dann fand der Kammerdiener Kingsbury Mr. Pandy also um 20 nach 5 Tod in seinem Badewasser vor und rief um Hilfe. Wo waren sie, als sie ihn rufen hörten? Deswegen weiß ich ja, dass Grandy nicht ermordet worden sein kann. Sie klang so, als freute sie sich über die Frage. Ich war im Schlafzimmer meiner Nichte Ivy, zusammen mit Ivy und Lenore und Hopscotch, als Grandy noch immer am Leben war und als er gestorben sein muss. Zwischen diesen zwei Zeitpunkten verließ keine von uns das Zimmer, nicht einmal für eine Sekunde. Zwischen welchen zwei Zeitpunkten, Miss Treadway? Entschuldigen Sie, ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Kurz nachdem Lenore und ich zu Ivy ins Schlafzimmer gegangen waren, um mit ihr zu reden, hörten wir Grandys Stimme. Wir wussten, dass er gerade sein Bad nahm. Auf dem Weg zu Ivys Zimmer war ich am Badezimmer vorbeigekommen und hatte Kingsbury bei den Vorbereitungen gesehen. Das Wasser lief gerade ein. Kurze Zeit später dann, als Lenore und ich seit vielleicht zehn Minuten in Ivys Zimmer waren, hörten wir alle Grandy schreien. Da war er also mit Sicherheit noch am Leben. Schreien? fragte die Anruferin. Meinen Sie um Hilfe rufen? Ach so, nein, nichts dergleichen. Er klang sehr energisch. Er brüllte, kann man nicht mal in Ruhe Baden. Ist diese Kakophonie unbedingt nötig? Er verwendete eindeutig das Wort Kakophonie. Er meinte uns, wie ich gestehen muss, Lenore, Ivy und mich. Wir redeten wahrscheinlich alle durcheinander, wie wir das so tun, wenn wir in ausgelassener Stimmung sind. Und wenn wir laut durcheinander reden, wirft Hoppy häufig auch etwas ein, jault oder bellt. Für einen Hund ist er unglaublich. Er hat ein erstaunliches Repertoire an Lauten, die er von sich geben kann, aber leider empfand Grandy sie alle als störend und ganz besonders in diesem Moment. Nachdem er uns angeblafft hatte, machten wir Ivys Tür zu und blieben alle drei in ihrem Zimmer, bis wir Kingsbury verzweifelt rufen hörten. Wie viel später war das? Nach so vielen Wochen ist es schwer, sich genau zu erinnern, aber ich würde sagen, vielleicht eine halbe Stunde später? Worüber haben sie und ihre Schwester und ihre Nichte denn die ganze Zeit in ausgelassener Stimmung so geredet? fragte die Anruferin, die mittlerweile beschlossen hatte, zu vergessen, dass sie kein Inspektor bei Scotland Yard war. Ach, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, so lange danach, entgegnete Annabelle Treadway. Wieder kam die Antwort ein Spürchen zu schnell. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Wichtiges war. Die Anruferin konnte sich dagegen sehr gut vorstellen. Sie schrieb »schlechte Lügnerin« und unterstrich die Wörter zweimal. »Wichtig ist doch nur, dass es beweist, dass niemand Grandy ermordet haben kann. Begreifen Sie nicht? Er schlief ein und ertrank in seinem Badewasser, wie das jedem hätte passieren können, der so alt und gebrechlich wie er war.« »Kingsbury könnte ihn unter Wasser gedrückt haben«, konnte sich die Anruferin nicht verkneifen, anzumerken. »Er hatte die Gelegenheit dazu.« »Was?« »Wo war Kingsbury, während Sie drei Damen sich bei geschlossener Tür im Schlafzimmer Ihrer Nichte unterhielten?« »Das weiß ich nicht, aber Sie können doch nicht ernsthaft glauben. Ich meine, Kingsbury fand Grandy. Sie wollen doch nicht andeuten«, die Anruferin wartete. »Es ist undenkbar, dass Kingsbury meinen Großvater ermordet haben sollte«, sagte Annabelle Treadway, sobald sie sich wieder gefasst hatte. »Vollkommen undenkbar.« »Wie können Sie da so sicher sein, wenn Sie gar nicht wissen, wo er war oder was er gerade machte, als Mr. Pandy starb?« »Kingsbury ist ein lieber, lieber Freund unserer Familie. Er könnte niemals einen Mord begehen, niemals.« Es klang so, als hätte Annabelle Treadway angefangen zu weinen. »Ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe Hoppy heute sträflich vernachlässigt, das arme Schätzchen. Bitte sagen Sie, Inspektor Ketchpool«. Sie hielt inne und stieß dann einen lauten Seufzer aus. »Was?« fragte die Versprechen abnehmen, Kingsbury nicht zu verdächtigen. Und ich wünschte, ich hätte keine Ihrer Fragen beantwortet. Aber jetzt ist es zu spät, nicht? Es ist immer zu spät. »Am 7. Dezember«, sagte Hugo Dockerill, »könnte ich Ihnen nicht sagen, wo ich da war, tut mir leid, aber wahrscheinlich zu Hause mit irgendwas beschäftigt.« »Sie waren also nicht auf dem Weihnachtsmarkt des Turville College?« fragte die Anruferin. »Auf dem Weihnachtsmarkt?« »Doch, natürlich, würde ich mir nie entgehen lassen, aber der war viel später.« »Wirklich? Wann fand denn der Weihnachtsmarkt statt?« »Nun ja, an das genaue Datum kann ich mich nicht erinnern. Für sowas habe ich einfach keinen Kopf. Aber ich kann Ihnen sagen, wann Weihnachten ist, am 25. Dezember, genau wie jedes Jahr.« Dockerill gluckste. »Der Weihnachtsmarkt war dann vermutlich am 23. oder so um den Dreh.« »Was, Liebste?« Im Hintergrund war eine Frauenstimme zu hören, ungeduldig und leicht überdrüssig. »Aha, ah, Moment«, sagte Hugo Dockerill. »Meine Frau Jane hat mich gerade daran erinnert, dass am 23. alle schon längst in die Weihnachtsferien ausgeflogen waren.« »Ja, natürlich, sie hat absolut recht.« »Du hast absolut recht, Jane, Liebes.« »Also, ah, wenn sie so nett wäre, noch einen Augenblick zu warten.« »Jane geht gerade im Kalender vom letzten Jahr nachsehen, wann der Weihnachtsmarkt genau war.« »Wie war das, meine Liebste?« »Ja, ja, natürlich, du hast absolut recht.« »Sie hat völlig recht.« »Natürlich war der Weihnachtsmarkt nicht am Tag vor Heiligabend. Lächerliche Vorstellung.« Die Anruferin hörte eine Frauenstimme sagen. »Am 7. Dezember.« »Wie ich aus verlässlicher Quelle weiß, fand unser letztjähriger Weihnachtsmarkt am 7. Dezember statt.« »So, nach welchem Tag wollten Sie mich noch mal fragen? Ich bin ziemlich verwirrt.« »Dem 7. Dezember.« »Waren Sie an dem Tag auf dem Weihnachtsmarkt, Mr. Dockeryl?« »Und ob ich das war, ein richtiger Hauptspaß war das, ist es immer. Wir in Turville wissen, wie...« Er verstummte abrupt und sagte dann, »Jane meint, was ich Ihnen sagen wollte, wird Sie nicht interessieren, und ich sollte mich darauf beschränken, Ihre Fragen zu beantworten.« »Von wann bis wann waren Sie auf dem Weihnachtsmarkt, Mr. Dockeryl?« »Von Anfang bis Ende vermutlich.« »Es gab anschließend ein Abendessen, das gewöhnlich um...« »Jane, wann endet?« »Danke dir, meine Liebste. Endet immer gegen acht,« sagt Jane. »Hören Sie, vielleicht wäre es einfacher, wenn Sie direkt mit Jane reden würden?« »Mit dem größten Vergnügen.« sagte die Anruferin. Binnen einer Minute hatte sie alle Informationen, die sie benötigte. Laut Jane Dockeryl waren Sie und Hugo am 7. Dezember von der Eröffnung um 11 Uhr Vormittag bis zum Ende des abschließenden Abendessens um acht auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ja, Timothy Levington war ebenfalls anwesend gewesen, nicht jedoch seine Mutter, seine Tante oder seine Schwester, die zwar hatten kommen wollen, aber in letzter Minute absagten. Freddy Reagan war gleichfalls dagewesen, zusammen mit seiner Mutter Sylvia, seiner Schwester Mildred und deren Verlobten Eustace. Die Anruferin bedankte sich und wollte das Gespräch gerade beenden, als Mrs. Dockeryl sagte, »Warten Sie einen Moment. So leicht werden Sie mich nicht los.« »War noch etwas, Ma'am?« »Allerdings.« »Hugo hat den Brief, der in des Mordes Beschuldigte, zweimal verlegt, was ohne Frage äußerst wenig hilfreich war. Zu meiner Freude kann ich Ihnen berichten, dass ich ihn wiedergefunden habe. Ich werde Ihnen persönlich Inspektor Catchpool bei Scotland Yard übergeben, sobald ich die Zeit habe, nach London zu kommen. Nun weiß ich nicht, ob Barnabas Pandy ermordet oder nicht ermordet wurde. Ich wäre geneigt, Letzteres anzunehmen, da vier verschiedene Personen desselben Mordes zu beschuldigen mir eher wie ein Gesellschaftsspiel, als wie eine ernst gemeinte Anschuldigung erscheint. Ganz besonders, wenn die Briefe fälschlicher und betrügerischerweise mit Hercule Poirot unterschrieben sind. Aber nur für den Fall, dass Mr. Pandy doch ermordet worden sein sollte und für den Fall, dass das hier eine wirkliche polizeiliche Ermittlung ist und kein ebenso debiler wie morbider Telefonstreich, wäre dann noch zweierlei, was ich Ihnen erzählen möchte. Ich höre, sagte die Anruferin, den Bleistift gezückt. Sylvia Reagan und ihr künftiger Schwiegersohn können sich nicht ausstehen. Und die arme Mildred ist, zwischen den beiden hin- und hergerissen, begreiflicherweise verwirrt und unglücklich. Es muss etwas geschehen, sonst sind die schlimmsten Folgen für die ganze Familie zu erwarten. Dem armen Freddy geht es schon so elend genug. Ich weiß nicht, ob dies in irgendeiner Verbindung zum Tod Barnabas Pandy steht, aber sie haben sich nach der Familie Reagan erkundigt, also meinte ich, sie sollten es wissen, für den Fall, dass es relevant sein sollte. Ich danke Ihnen. Das andere, das ich Ihnen sagen muss, betrifft die Levingtons, Timothys Familie, die Familie Barnabas Pandy. Ich war es, die am Morgen des Weihnachtsmarktes Annabelles Anruf entgegennahm. Annabelle ist Timothys Tante. Sie log mich an. In Bezug auf was? Sie sagte mir, sie und ihre Schwester und ihre Nichte könnten nicht zum Weihnachtsmarkt kommen, weil es irgendwelche Probleme mit dem Automobil gäbe, das sie hierher bringen sollte. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit war. Sie klang aufgeregt und falsch. Überhaupt nicht wie sonst. Und später erklärte Lenore Levington, Timothys Mutter, sie sei deswegen nicht zum Weihnachtsmarkt gekommen, weil sie an dem Tag sehr müde gewesen sei. Das passt nicht zusammen. Nun, ich weiß zwar nicht, was das alles zu bedeuten hat oder wie mein Mann es fertiggebracht hat, sich da hineinziehen zu lassen, aber schließlich bin ich kein Inspektor der Polizei. Also ist es auch nicht meine Aufgabe, es herauszufinden, nicht wahr? Das ist Ihr Job, sagte Jane Dockerill. Ja, Ma'am, sagte die Anruferin, die in dem Moment ganz vergessen hatte, dass ihr Job etwas vollkommen anderes war und nichts mit der Untersuchung von Verbrechen zu tun hatte, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht begangen worden waren. Das zweite Viertel Zehntes Kapitel Ein paar wichtige Fragen »Was zum Teufel ist denn in Sie gefahren, Catchpool?« rührte mir Superintendent Nathaniel Bewes ins Ohr. »Was meinen Sie, Sir?« Er ließ sich schon seit geraumer Zeit lautstark über meine vielfältigen Unzulänglichkeiten aus, aber bislang war alles unspezifisch geblieben. »Letzten Abend, das Telefonat, das Sie geführt haben, oder sollte ich besser sagen, dass Sie irgendeine Frau haben führen lassen?« »Aha. Das war's also.« »Sie haben mir erzählt, der Brief an John McRodden stamme nicht von Poirot und ich habe es geschluckt. Aber damit ist jetzt Schluss, also können Sie sich jedes weitere Salbadere sparen, habe ich mich klar ausgedrückt. Ich schicke Sie zu Stanley McRodden, damit Sie die Sache ausbügeln und was tun Sie stattdessen? Verschwören sich mit Poirot, Stannys Sohn noch weiter zu belästigen. Nein, behaupten Sie erst gar nicht, Sie hätten damit nichts zu tun. Ich weiß, dass Poirot Sie hier aufgesucht hat.« Da ging es darum, »Und ich weiß, dass die Frau, die John McRodden anrief und nach seinem Alibi für den Tag fragte, an dem dieser Pandy gestorben ist, behauptete, sie handle im Auftrag von Inspektor Edward Catchpool von Scotland Yard.« »Halten Sie mich für debil?« »Sie handelte keineswegs in Ihrem Auftrag, habe ich recht?« »Sie befolgte die Anweisungen Hercule Poirots. Wie Sie ist diese Frau bloß ein Rädchen in seinem Getriebe. Aber ich werde das nicht dulden. Haben Sie mich gehört? Hätten Sie die Güte mir zu erläutern, warum Sie und Poirot so wild entschlossen sind, einen Unschuldigen eines Mordes zu beschuldigen, der überhaupt kein Mord war? Ist Ihnen die exakte Bedeutung des Wortes Alibi bekannt, Catchpool?« »Ja, Sir.« »Es bedeutet nicht, wo jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Ich bin momentan in meinem Büro, wo ich mich zu meinem Leidwesen mit Ihnen unterhalte. Aber das ist mein Verbleib, nicht mein Alibi. Und wissen Sie auch warum? Weil kein Mord verübt worden ist, während ich hier herumstehe und mit Ihnen rede. Das sollte ich Ihnen nicht eigens erklären müssen.« Er lag mit Sicherheit falsch, dachte ich. Irgendwo auf der Welt wurde mit ziemlicher Sicherheit gerade ein Mord verübt oder war verübt worden, seit er vor ungefähr 20 Minuten mich anzubrühen begonnen hatte. Höchstwahrscheinlich sogar mehr als nur ein Mord. Und der Super konnte ganz schön von Glück reden, dass er nicht zu dieser potenziell großen und internationalen Gruppe von Tatopfern zählte. Wenn ich jemand wäre, den man überhaupt dazu bringen könnte, eine Gewalttat zu begehen, so wäre dies mit Sicherheit bereits vor knapp zehn Minuten geschehen. Zu meinem großen Bedauern indes scheine ich ein Mensch zu sein, der still und brav auf dieser roten Linie balancieren kann, wie lange jemand auch die Neigung verspüren mag, ihn mittels Anbrüllens über sie hinauszutreiben. »Warum sollte John McCrodden ein Alibi beibringen müssen, wenn der Tod Barnabas Panties kein Kriminalfall darstellt? Warum?« brüllte Buse. »Sir, wenn Sie mir eine Antwort gestatten würden...« Ich verstummte und es entstand eine peinliche Stille. Ich hatte erwartet, dass der Super mich an dieser Stelle unterbrechen würde. »Wenn Mr. John McCrodden gestern Abend einen Anruf erhielt, so habe ich nichts damit zu tun«, sagte ich schließlich. »Nicht das Geringste. Wenn jemand meinen Namen verwendet hat, um zu erfahren, wo John McCrodden an dem Tag war, als Barnabas Pandy starb, dann kann ich mir dazu nur denken, dass, naja, dass die betreffende Person wohl hoffte, durch Berufung auf die Autorität Scotland Yards McCrodden zum Reden zu bringen.« »Da muss Poirot dahinter stecken«, sagte der Super. »Poirot und noch so eines von seinen Helferlein.« »Sir, der Brief an John McCrodden war nicht der einzige. Es wurden insgesamt vier verschickt, drei weitere Personen haben ebenfalls einen mit Poirots Namen unterzeichneten, aber nicht von ihm stammenden Brief erhalten, der sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigte.« »Machen Sie sich nicht lächerlich, Ketschpool!« Ich nannte ihm die Namen der drei anderen Empfänger und erklärte ihm, dass zu ihnen auch Pandy's Enkelin gehörte und dass sie sich zum Zeitpunkt seines Todes im betreffenden Haus aufgehalten hatte. Ich habe gestern mit Stanley McCrodden gesprochen, wie sie von mir verlangt hatten, und ihm war sehr daran gelegen, so viel wie möglich über den wahren Absender der Briefe zu erfahren. Er will, dass Poirot die Ermittlung übernimmt. Wenn Poirot also tatsächlich irgendeine Frau beauftragt haben sollte, John McCrodden nach seinem Alibi zu fragen, dann könnte es, naja, für Stanley McCrodden auf lange Sicht durchaus nützlich sein, wenn dadurch überhaupt etwas ans Licht kommt, meine ich. Das Juppa stöhnte. »Ketschpool, was glauben Sie wohl, durch wen ich von dem Anruf bei John McCrodden erfahren habe?« Ich wollte mich gerade darüber freuen, dass er die Lautstärke seiner Stimme verringert hatte, als er mir »VON STANNY NATÜRLICH« ins Ohr brüllte. »Er möchte wissen, warum ich es jemandem von Scotland Yard erlaubt habe, von seinem Sohn ein Alibi zu verlangen, anstatt das zu tun, was ich ihm versprochen hatte, nämlich der ganzen Vermaledeiten-Geschichte ein Ende zu bereiten. Sie können Poirot ausrechten, dass John McCrodden mit großer Wahrscheinlichkeit in Spanien war, als Pandy starb. Spanien! Man kann schlecht jemanden in England umbringen, wenn man gerade in Spanien ist. Habe ich recht?« Ich atmete tief durch und sagte, »Sir, Stanley McCrodden möchte verstehen, was vor sich geht.« Er mag sich darüber aufgeregt haben, dass sein Sohn nach einem Alibi gefragt wurde, aber er will bestimmt, dass in irgendeiner Form weiterermittelt wird, bis er eine Antwort bekommt. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieser Sache ein Ende zu bereiten, indem man herausfindet, wer die vier Briefe geschickt hat und warum. Wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass Barnabas Pandy ermordet wurde, wenn ich sie noch einmal, dieser Hanebüchen-Hypothese äußern, Hörekeitsspul, könnte mir die Faust ausrutschen.« Ich weiß, dass sein Tod gerichtlich für einen Unfall erklärt wurde, Sir, aber wenn jemand nicht glaubt, dass er das war, dann irrt sich dieser jemand. In einer seiner zurechnungsfähigeren Stimmungen und unter Umständen, die Stanley Strang keine seelische Belastung zumuteten, hätte der Super eingeräumt, dass natürlich ein Irrtum möglich war, dass tatsächlich ein Verbrechen unerkannt geblieben sein konnte. Aber es hätte keinen Sinn gehabt, ihn heute davon überzeugen zu wollen. »In einem Punkt haben Sie recht, Catchpool«, sagte er. »Stanny will antworten, und zwar rasch. Aus dem Grund sind Sie, bis diese Angelegenheit aufgeklärt ist, von allen Ihren Dienstpflichten freigestellt. Sie werden Poirot dabei helfen, diese Angelegenheit zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen.« Ich wusste nicht recht, wie ich das fand. Früher hatte es mich sehr beunruhigt, wenn ich nicht wusste, wie ich mich in bestimmten Situationen fühlen sollte, aber kürzlich hatte ich beschlossen, solche Situationen als willkommene Gelegenheit zu betrachten, überhaupt nichts zu empfinden. Der Super hatte eine Entscheidung getroffen und Widerworte waren nicht gefragt. Als er weitersprach, begriff ich, dass er nicht nur eine Entscheidung, sondern auch schon konkrete Vorbereitungen getroffen hatte. »Poirot wartet in Ihrem Büro auf Sie.« Buse warf einen Blick auf seine Uhr. »Ja, mittlerweile dürfte er dort sein. Sie beide werden in fünfzig Minuten in Stannys Kanzlei erwartet. In der Zeit dürften Sie es ja dorthin schaffen. Jetzt raus mit Ihnen! Je eher diese absonderliche Affäre geklärt ist, desto glücklicher werde ich mich schätzen.« Er lächelte unerwartet, wie um mich mit einer leisen Ahnung dessen anzuspornen, wie seine künftige Glückseligkeit vielleicht aussehen würde. Poirot wartete wie angekündigt in meinem Büro. »Mon pauvre ami«, rief er bei meinem Anblick aus. »Sie haben, glaube ich, vom Superintendent die Leviten vorgelesen bekommen, ja?« Seine Augen funkelten verschmitzt. »Wie haben Sie das erraten?«, fragte ich. »Er schickte sich schon an, seinen Zorn auf mich zu richten. Doch ich gab ihm zu bedenken, dass ich in dem Fall augenblicklich gehen und seinem guten Freund Stonley Strang keine weitere Unterstützung zuteilwerden lassen würde.« »Ich verstehe«, sagte ich verbiestert. »Jedenfalls brauchen Sie sich keine Sorgen, um ihn zu machen. Losgeworden ist er dann doch noch alles. Von Spanien hat er Ihnen vermutlich nichts gesagt.« »Spanien?« »Jean McCroden mag sich aus purer Bockigkeit geweigert haben, ein Alibi anzugeben. Aber sein Vater hat dem Super gesagt, dass er wahrscheinlich in Spanien war, als Pandy starb.« »Wahrscheinlich? Kein stichhaltiges Alibi enthält das Wort »wahrscheinlich«.« »Das weiß ich selber. Ich gebe nur wieder, was der Super gesagt hat.« Als wir das Gebäude verließen, sagte Poirot, »Das ist eine weitere Frage für die Liste. War John McCroden am 7. Dezember in Spanien oder nicht?« Ich hatte angenommen, wir würden zur Kanzlei von Donaldson und McCroden laufen, aber Poirot hatte uns einen Wagen bestellt. Sobald wir losgefahren waren, zog er ein kleines Blatt Papier aus der Tasche. »Hier sehen Sie ist die Liste«, sagte er. »Einen Bleistift bitte, Katschpul.« Ich zog einen aus meiner Tasche und er fügte unten auf der Seite die neueste Frage hinzu. Die Liste war mit »wichtige Fragen« überschrieben und eine so typische Poirot'sche Produktion, so absolut durch und durch eher, dass auch die letzten Reste meiner Verärgerung verflogen. Die Liste lautete wie folgt. Wichtige Fragen. Erstens. Wurde Barnabas Pandy ermordet? Zweitens. Wenn ja, von wem und warum? Drittens. Wer schrieb die vier Briefe? Viertens. Verdächtigt der Verfasser der Briefe ernsthaft alle vier Personen? Oder verdächtigt er nur eine von ihnen? Oder verdächtigt er keine von ihnen? Fünftens. Wenn der Verfasser der Briefe keinen der vier verdächtigt, welchen Beweggrund hatte er, ihnen die Briefe zu schicken? Sechstens. Warum waren die Briefe mit dem Namen Hercule Poirot unterschrieben? Siebtens. Welche Informationen hält Peter Wout zurück? Achtens. Warum waren Barnabas Pandy und Vincent Lopp verfeindet? Neuntens. Wo ist die Schreibmaschine, auf der die vier Briefe getippt wurden? Zehntens. Wusste Barnabas Pandy, dass er bald sterben würde? Elftens. Warum wirkt Annabelle Treadway so traurig? Was für Geheimnisse hütet sie? Zwölftens. Wurde Barnabas Pandy von Kingsbury, dessen Kammerdiener, getötet? Wenn ja, warum? Dreizehntens. Warum beschlossen Annabelle Treadway und Lenore und Ivy Levington nicht zum Weihnachtsmarkt des Turville College zu gehen? Vierzehntens. War John McCrodden in Spanien, als Barnabas Pandy starb. Warum verdächtigen Sie Kingsbury? fragte ich Poirot. Und warum ist die Schreibmaschine wichtig? Da ist doch wohl eine wie die andere, oder? Ah, die Schreibmaschine. Er lächelte. Und als hätte er damit gerade meine zweite Frage beantwortet, kehrte er dann zur ersten zurück. Die Frage nach Kingsbury stelle ich wegen dem, was Annabelle Treadway gestern Abend am Telefon sagte, mon ami. Wenn sie sich als Monsieur Pandy starb, mit Lenore und Ivy in Ivys Schlafzimmer aufhielt, dann war nur noch Kingsbury zur fraglichen Zeit im Haus und unbeobachtet. Wenn der Todesfall ein Mord war, ist er der wahrscheinlichste Mörder, non? Vermutlich. Aber ist es dann nicht eigenartig, dass er keinen Brief erhalten hat? Er ist der Einzige, der die Gelegenheit hatte, die Tat zu verüben, und dennoch werden vier Personen, die keine hatten, ihrer beschuldigt. Alles, was sich ereignet hat, ist in extremem Maße eigenartig, sagte Poirot. Ich beginne zu glauben, dass es falsch war, vorauszueilen und schon jetzt an Alibis zu denken. Er schüttelte den Kopf. Ah, schön, dass Ihnen das erst jetzt einfällt, nachdem ich mir meine Trommelfälle habe mal trätieren lassen. Von immerhin haben wir einiges herausgefunden. Es wird sich noch alles als nützlich erweisen, da habe ich gar keinen Zweifel. Doch nun, nun ist es Zeit, mehr in die Tiefe zu denken. Zum Beispiel, wenn Kingsbury unser Mörder ist, dann ist die Tatsache, dass er einen Brief, den vier unschuldige Personen erhielten, nicht erhalten hat, vielleicht gerade nicht eigenartig. Ich fragte ihn, wie er das meinte, aber er gab ein unverbindliches Geräusch von sich und sagte nichts weiter. Während wir die Treppe zur Kanzlei Donaldson und McCrodden hinaufstiegen, bereitete ich mich innerlich auf meine zweite Begegnung mit Miss Mason vor. Poirot hatte ich nicht vorgewarnt. Tatsächlich wagte ich es, da Stanley McCrodden uns ja erwartete, diesmal auf einen reibungsloseren Einstieg zu hoffen. Ich wurde prompt enttäuscht. Die rosige junge Frau warf sich mir fast an die Brust. Oh, Inspektor Catchpool, Gott sei Dank sind sie da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn los, Miss Mason? Ist etwas passiert? Es geht um Mr. McCrodden. Er macht seine Tür nicht auf. Ich kann nicht zu ihm hinein. Er muss von innen abgeschlossen haben, was er niemals macht. Und er geht nicht ans Telefon und wenn ich klopfe und seinen Namen rufe, antwortet er nicht. Er muss da drinnen sein. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen vor weniger als einer halben Stunde in sein Büro gehen und die Tür schließen sehen. Miss Mason wandte sich an Poirot. Und jetzt sind sie da und Mr. McCrodden weiß, dass sie einen Termin haben und trotzdem öffnet er die Tür nicht. Ich wage es kaum zu denken, aber was, wenn er einen Anfall hatte? Catchpool, können Sie Monsieur McCroddens Tür aufbrechen? fragte Poirot. Ich wollte sie gerade mit der flachen Hand berühren, um abzuschätzen, wie schwer es voraussichtlich sein würde, sie einzutreten, als die Tür aufging und Stanley McCrodden vor uns stand. Er sah kerngesund aus, überhaupt nicht wie ein Mann, der gerade einen Schlaganfall erlitten hatte. Oh, dem Himmel sei Dank, sagte Miss Mason. Ich muss sofort weg, sagte McCrodden. Es tut mir leid, mein Herr. Ohne ein weiteres Wort ging er an uns vorbei und verließ die Kanzlei. Wir hörten seine Schritte im Treppenhaushallen, immer tiefer und tiefer. Schließlich knallte eine Tür zu. Miss Mason eilte ihm nach und rief, »Mr. McCrodden, das ist höchst unkorrekt. Sie können nicht gehen, die Herren möchten Sie sprechen.« »Er ist bereits gegangen, Mademoiselle.« Miss Mason schenkte Poirot keine Beachtung und schrie weiter ins mittlerweile menschenleere Treppenhaus. »Mr. McCrodden, die Herren haben einen Termin!« Elftes Kapitel. Smaragd Grün. Als ich am nächsten Morgen bei Scotland Yard eintraf, erfuhr ich vom Super, dass Stanley McCrodden, Poirot und mich so bald wie möglich sprechen wolle, allerdings unter einer Bedingung, nicht in der Kanzlei von Donaldson und McCrodden. Wir waren einverstanden und vereinbarten, dass wir drei uns um zwei Uhr im Pleasance treffen würden. Im Coffeehouse herrschte ausnahmsweise einmal eine angemessene, warme, aber nicht zu heiße Temperatur, und es duftete angenehm nach Zimt und Zitronen. Unsere Freundin Fee Spring kam uns eilig entgegen. Ich hatte erwartet, im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu stehen, wie es gewöhnlich der Fall war, aber heute hatte sie nur Augen für Poirot und ganz besonders forschende Augen dazu. Sie schob ihn auf seinen Stuhl und fragte, »Und, haben Sie gemacht, was Sie versprochen hatten?« »Oui, Mademoiselle, aber wir müssen unsere Erörterung des Kirchenfensterkuchens auf später verschieben. Gatschpool und ich sind hier zu einer wichtigen Besprechung.« »Mit einem, der noch nicht da ist«, sagte Fee. »Noch jede Menge Zeit.« »Sie beide wollen sich über Kirchenfensterkuchen unterhalten?«, fragte ich verwirrt. »Sie nahmen keinerlei Notiz von mir.« »Und was, wenn wir anfangen und dann unterbrochen werden?«, wandte Poirot ein. »Ich ziehe es vor, Dinge auf geordnetere Weise zu erledigen, eines nach dem anderen.« »Gucken Sie sich die Teekannen an«, sagte Fee. »Alle abgestaubt habe ich sie, extra für Sie, und alle Tüllen in dieselbe Richtung gedreht. Also, ich kann sie auch ganz leicht wieder so hindrehen, wie sie vorher waren.« »Tun Sie das nicht, ich flehe Sie an«, Poirot richtete den Blick auf die Regale, auf denen die Teekannen thronten. »C'est magnifique«, erklärte er. »Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Also gut, Mademoiselle, ich werde es Ihnen sagen. Ich suchte, wie Sie mich gebeten hatten, Campbells Coffeehouse auf. Dort fand ich die Kellnerin Philippa vor und ich bestellte ein Stück Kirchenfensterkuchen. Ich verwickelte sie in ein Gespräch über denselben. Sie bekannte sich dazu, ihn selbst gebacken zu haben.« »Da sehen Sie es«, zischte Fee. »Und wenn sie's bestritten hätte, der würde ich eh kein einziges Wort glauben.« Ich fragte sie, woher das Rezept stamme. Sie erklärte mir, sie habe es von einer Freundin.« »Die ist keine Freundin von mir und auch nie gewesen. Neben einem zu arbeiten macht einen noch lange nicht zur Freundin.« »Worum geht es hier eigentlich?«, fragte ich. Wieder nahmen Poirot und Fee keine Notiz von mir. Mittlerweile verspätete sich Stanley Strang. »Ich fragte sie nach dem Namen der Freundin, die ihr das Rezept gegeben habe. Mit einem Mal nahm ihr Verhalten etwas Verschlagenes an und sie wandte ihre Aufmerksamkeit einem anderen Gast zu.« »Mehr Beweis brauche ich nicht. Die weiß ganz genau, dass sie es von mir gestohlen hat, aber die kann was erleben. Und jetzt bringe ich ihnen ein Stück von meinem Kirchenfensterkuchen mit den besten Empfehlungen des Hauses.« Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Fee sagte, »Der dürfte in fünf Minuten hier sein, ihr Mr. Großstirn. Ich habe ihm gesagt, er sollte im Viertel nach wiederkommen.« Sie lächelte und entschwand Richtung Küche, bevor einer von uns beiden sich empören konnte. »Manchmal frage ich mich, ob sie wirklich alle Tassen im Schrank hat,« sagte ich zu Poirot. »Und wann haben Sie die Zeit gefunden, in diesem Fall von Kuchenrezeptdiebstahl zu ermitteln?« »Ich bin ein glücklicher Pilz, mon ami. Ob ich meiner Arbeit nachgehe oder meine Privatinteressen verfolge, nie brauche ich dazu mehr als die Gelegenheit nachzudenken. Inmitten von Unbekannten zu sitzen und ein Stück Kuchen ganz langsam zu verzehren? Solche Umstände sind überaus förderlich für das Funktionieren der kleinen grauen Zellen. Ah, est-on-le-Mecroden est arrivé.« Das war er tatsächlich. »Monsieur-Mecroden«, Poirot schüttelte ihm die Hand. »Ich bin Hercule Poirot. Sie haben mich gestern kurz gesehen, aber ich hatte nicht die Gelegenheit, mich vorzustellen.« Macroden sah angemessen verlegen aus. »Das war bedauerlich«, sagte er. »Ich hoffe, wir werden heute Nachmittag rasch vorankommen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen.« Vieh brachte Kaffee und ein Stück Kirchenfensterkuchen für Poirot, Tee für mich und Wasser für Stanley Macroden, der gleich zum Geschäftlichen kam.« Wer auch immer John diesen Brief schickte, hat seine Verfolgungskampagne intensiviert. Gestern Abend rief eine Frau an, die behauptete, von ihnen, Catchpool und von Scotland Yard bevollmächtig zu sein. Sie nannte John den Tag, an dem Barnabas Pandy starb, und verlangte von ihm ein Alibi. Das ist nicht ganz zutreffend. Poirot und ich hatten uns vorab geeinigt, dass wir ihm reinen Wein einschenken würden, jedenfalls weitgehend. Ich glaube, sie sagte, sie rufe im Auftrag von Inspektor Catchpool von Scotland Yard an. Was sie auch tat, wenngleich in keinem Zusammenhang mit einer Ermittlung von Scotland Yard. Sie behauptete mit Sicherheit nicht, sie sei eine Mitarbeiterin von Scotland Yard. Was zum Teufel? Macroden funkelte mich über den Tisch hinweg böse an. Wollen Sie damit sagen, dass Sie dafür verantwortlich waren? Dass Sie sie dazu angestiftet haben? Wer war sie überhaupt? Ich achtete darauf, nicht in Fee Springs Richtung zu sehen. Poirot vermute ich ebenso. Ich hätte die vier Anrufe auch selbst erledigen können, aber ich wollte mich absichern. Da ich die Möglichkeit voraussah, dass der Super mich deswegen gehörig zusammenstauchen würde, hatte ich mir überlegt, dass meine Beteuerungen nichts davon zu wissen glaubwürdiger klingen würden, wenn die Stimme am anderen Ende der Leitung eindeutig einer Frau gehört hatte. Feige wie ich bin, rechnete ich mir aus, dass wenn Fee die Sache für Poirot erledigte, denn so legte ich es mir selbst zu Recht, ich mir dann guten Gewissens würde sagen können, dass ich daran vollkommen unbeteiligt war und damit frei von jeglicher Schuld. Fee dagegen hatte nicht die geringsten Bedenken wegen des unorthodoxen Plans gehabt. Es war unübersehbar gewesen, dass ich ihr mit meinem Hilfeersuchen den Tag vergoldet hatte. »Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen, Monsieur«, erklärte Poirot Stanley McCrodden. »Beunruhigen Sie sich nicht. Von hier und jetzt an werden wir drei an der Lösung dieses Rätsels zusammenarbeiten.« »Zusammenarbeiten?« McCrodden prallte zurück. »Haben Sie auch nur eine Ahnung, was Sie angerichtet haben, Poirot? John ist nach diesem verflixten Anruf bei mir erschienen und hat erklärt, er sei mein Sohn nicht mehr und ich nicht mehr sein Vater. Er will alle Beziehungen abbrechen.« »Er wird seine Meinung ändern, sobald die wahre Identität des Briefschreibers feststeht. Bekümmern Sie sich nicht, Monsieur. Vertrauen Sie vielmehr, Hercule Poirot. Dürfte ich fragen, warum haben Sie darauf bestanden, uns heute an einem anderen Ort zu treffen? Was gibt es in Ihrem Büro, das ich nicht sehen darf?« McCrodden gab einen seltsamen Laut von sich. »Dafür ist es jetzt zu spät,« sagte er. »Was meinen Sie damit?« »Nichts.« Poirot versuchte es noch einmal. »Warum schlossen Sie sich in Ihrem Zimmer ein und kamen dann hervor, nur um sofort wieder zu verschwinden?« Wir saßen schweigend da, während er die Frage erwog. »Monsieur, wenn Sie bitte antworten könnten?« »Der Grund hat mit der zur Diskussion stehenden Sache nichts zu tun,« sagte McCrodden steif. »Genügt Ihnen das?« »Potitou. Wenn Sie es nicht erklären, bleibt mir keine Wahl, als Mutmaßungen anzustellen. Könnte es sein, dass Sie befürchten, wir könnten eine Schreibmaschine finden?« »Eine Schreibmaschine?« McCrodden sah ihn frustriert und leicht angeödelt an. »Wovon reden Sie?« »Äh«, sagte Poirot sibulinisch. McCrodden wandte sich zu mir. »Wovon redet er, Catchpool?« »Ich weiß es nicht, aber Sie werden bemerken, dass seine Augen ein Smaragdgrünes Leuchten angenommen haben. Das bedeutet in der Regel, dass er etwas herausgefunden hat.« »Smaragd?« knurrte McCrodden und stieß seinen Stuhl vom Tisch zurück. »Sie wissen es also. Sie wissen es beide, und jetzt verspotten Sie mich. Aber wie können Sie es wissen? Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.« »Was wissen wir Ihrer Meinung nach, Monsieur? Von der Schreibmaschine?« »Ihre verdammte Schreibmaschine kann mir gestohlen bleiben. Ich spreche von dem Grund, warum ich es gestern keinen Augenblick länger in der Kanzlei ausgehalten hätte, und dem Grund, warum ich es ablehnte, mich dort heute mit ihm zu treffen. Ich spreche von Emerald, wie Sie sehr wohl wissen. Deswegen sprachen Sie doch von Smaragdgrün, oder etwa nicht?« Poirot und ich tauschten Blicke der tiefsten Verwirrung. »Monsieur, was bitte ist der Emerald?« »Nicht was. Wer? Sie ist der Grund, warum ich meine eigene Arbeitsstätte nicht aufsuchen kann. Was äußerst unpraktisch ist. Miss Emerald Mason.« »Miss Mason?« sagte ich. »Die Dame, die für Sie arbeitet.« »Jetzt werde ich es Ihnen wohl erklären müssen. Nicht, dass es Sie irgendetwas anginge. Miss Masons Vorname ist Emerald. Ich dachte, das wüssten Sie. Emerald, Smaragd. Sie wissen schon, als Sie Smaragdgrün sagten.« »No, Monsieur, warum treibt sie die Anwesenheit dieser Frau aus ihren Büroräumen?« »Sie hat nichts Unrechtes getan«, sagte McCrodden bedrückt. »Sie ist tüchtig, ein bisschen. » Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020